Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nummer 370. Mein Name ist René Außer, der mit dabei der Herr Marvin. Hallo. Und der Herr Dennis. Ja, servus, hallo. So, wir wollen heute reden über ein bisschen Fußball, über ein bisschen Saisonbilanz. Ein guter alter Bekannte wird wieder zu Tage geholt und wir machen Verurteilt Konkurrenz. Wir reden heute ganz viel über Gerichtsurteile. Mal sehen, wo uns das hinführt. Wir müssen aber erstmal so ein bisschen chronologisch anfangen. Wir haben ja letzte Woche nicht aufgenommen, das heißt, wir müssen noch zwei Spiele nachbesprechen oder zumindestens mal die Auswirkungen davon besprechen. Und wir fangen mit Lüttich an. Ich glaube, über den Spielverlauf müssen wir jetzt nicht viel sagen. Unnötig das Ding am Ende durch diesen Konter noch verloren. Und die Frage ist, außer dessen, dass wir jetzt ganz dringend auf Schützenhilfe angewiesen sind und die nächsten zwei Spiele eigentlich komplett gewinnen müssen. Was hat das jetzt für Konsequenzen auf die Art und Weise, wie die Eintracht jetzt in diese Spiele gehen muss? Naja, es ist ganz klar, dass du sehen musst, dass du Arsenal nicht abschenken kannst. Arsenal ist ein extrem wichtiges Spiel jetzt geworden, wo du normalerweise gedacht hast, du fährst da hin und hast eine gute Zeit und schaust mal, ob du einen Punkt mitnimmst. Plötzlich bist du gezwungen, mindestens ein bis drei Punkte mitzunehmen, weil du ja auch nicht genau weißt, wie auf den anderen Plätzen alles läuft. Also es ist extrem bitter, weil du bestraft wurdest für ein Verhalten, wo du eigentlich gesagt hast, okay, du gehst auf jeden Fall mit einem Punkt heim, die Sache läuft, alles halb so wild. Das ist halt jetzt einfach sauer für die Fans oder bitter für die Fans und auch für die Eintracht selbst. Aber man muss auch sagen, Arsenal, vielleicht ist ein kleines Wunder möglich. Wir merken halt, das merken wir in dieser Saison generell, wir flutschen nicht so durch wie letztes Jahr. Das ist wesentlich schwieriger, aber es ist halt noch alles drin und die Eintracht muss halt sehen, dass du zumindest einen Punkt beim FC Arsenal irgendwie holst und dann musst du deutlich gewinnen gegen Guimarães und dann sehe ich trotzdem noch ein ganz gutes Silberstreifen am Horizont tatsächlich. Bin ich voll bei dir, Marvin. Was ich so schade finde, ist eigentlich, dass für London eventuell dann das letzte Spiel tatsächlich wieder so ein dämliches Bonusspiel ist, was für uns dann ja wirklich ein Problem ist. Deshalb geht es da eigentlich darum, Idealfall, du holst jetzt hier deine wunderbaren drei Punkte, und dann muss ich auch nochmal anstrengen im letzten Spiel, um dann qualifiziert zu sein. Alles ist gut. Ich glaube zumindest, so ist die Konstruktion, oder? Ja, die sind jetzt mit zehn Punkten, wir und Lüttich haben jeweils sechs Punkte, sind die jetzt aktuell Gruppenerster. In einem von den beiden Spielen müssen sie sich auf jeden Fall nochmal anstrengen, weil sie ansonsten, je nachdem wie halt unsere Spiele und das Spiel von Lüttich laufen, da halt schon noch ein bisschen Gefahr laufen, da hinten rauszufallen. Also von daher, die werden da halt schon nochmal so ein bisschen draufhalten. Und wenn ich Spieler und Fan und Verantwortlicher bei Arsenal wäre, dann würde ich tendenziell eher auf das Heimspiel setzen, zumal ich als Heimverein jetzt in der Situation auch noch den Vorteil habe, dass keine lauten Gästefans mitkommen, weil der Einspruch da ja abgelehnt worden ist. Also das spielt denen halt schon alles irgendwie so ein bisschen in die Karte. Das ist tatsächlich ja das größere Problem, das ist ja tatsächlich wirklich das viel, viel schwierigere Problem und zwar das, oder schwerwiegendere Problem. Die Eintracht ist eine gute Mannschaft, aber es fehlen ein paar Prozent, wenn die Eintracht nicht die Möglichkeit hat, ihre Fans mitzunehmen. Das ist einfach so. Und das ist jetzt kein, das ist nichts Mystisches und darüber brauchen wir jetzt nicht fabulieren. Das ist Fakt, dass die Eintracht ein anderes Spiel macht, wenn die Fans nicht da sind. Und da fehlt auch die letzte Motivation. vielleicht, keine Ahnung, es sind vielleicht nur ein Prozent, zwei Prozent. Aber die haben auch in Lüttich gefehlt und das kann auch gegen London extrem bitter sein. Das Stadion ist halt groß, wenn, das ist ja, brauchen wir uns auch nicht, brauchen wir nicht denken, dass es jetzt sofort ausverkauft gewesen wäre, aber da werden unglaublich viele geile Eintracht-Fans hingefahren, die richtig Bock gehabt haben. Ja, natürlich. Und für uns ist es jetzt die bitterste aller, wie soll ich sagen, Situation, denn es kann sein, dass wir ausscheiden und kein Auswärtsspiel mehr gehabt haben, um uns zu wenigstens gebührend irgendwie von diesem internationalen Geschäft auch zu verabschieden. Das ist eine richtige Scheiße, macht mich wütend, kann auch nicht nachvollziehen, dass man wirklich diese zwei Spiele Sperre hat bestehen lassen. Ist echt bitter, muss ich sagen. Ganz ehrlich, scheiße und für die Eintracht überhaupt kein Vorteil, sondern das wird ein richtig enges Ding. Aber ich, Marvin, ich will auf keinen Fall den Teufel an die Wand malen. Das Spiel ist noch nicht verloren und auch dort keine internationalen Auswärtsspiele mehr in der Saison. Hoffen wir einfach mal, dass es irgendwie gut klappt. Und ich denke, dass die Motivation einfach, es ist ja gar nicht schlecht, wenn du auch weißt, welches Spiel enorm wichtig ist. Normalerweise sagt immer, jedes Spiel ist wichtig, du musst da gewinnen, du musst da gewinnen. Die Bundesliga musst du auch im Blick haben und darfst da jetzt nicht zu viel Körner verpulvern. Es ist alles richtig. Jetzt weißt du aber, das wichtigste Spiel in den nächsten Wochen wird unter anderem das London-Spiel werden, weil du dort eben genau diesen Punkt erreichen kannst. Du selbst hast gepunktet oder sogar dreifach gepunktet im Idealfall. Und London muss sich gegen Lüttich anstrengen im letzten Spiel. Und das ist das, was ja dann für uns dann auch so ein bisschen Ruhe bringt. Eventuell dann auch, da musst du nicht diese, ja, was weiß ich, so ewig hoch gegen dir Marisch gewinnen, sondern dann ist es einfach ein schönes Fußballspiel, wo du dann auch nochmal im Heimstadion da was genießen kannst und eventuell einfach, ja, diesen Spirit in die nächste Runde nochmal ziehen kannst. Dementsprechend, ich finde es gut, dass wir uns jetzt so fokussieren können. Ich hoffe, die Mannschaft kann sich so fokussieren. London ist natürlich ein übler Gegner. Hoffen wir, dass einfach auch so ein bisschen diese Hemmungen, das Pech, und ich muss auch wirklich sagen, bei Lüttich, es war ja auch viel Pech dabei. Du hast selbst den Angriff, verziehst das Ding und im Gegenzug kriegst du eigentlich dann das Gegentor. Ist natürlich super bitter gewesen. Das muss aus den Köpfen raus. Aber ansonsten, das hättest du natürlich auch in den letzten paar Minuten gewinnen können. Das muss auch mal wieder auf den Tisch gebracht werden. Eigentlich hättest du es vorher schon gewinnen müssen. Also Lüttich war jetzt auch für mich nicht die Übermannschaft. Da hättest du vorher auch, wenn du deine Chancen mal genutzt hättest, das Ding auch einfach sicher machen müssen. Auf jeden Fall. Deshalb, also ein Punkt ist drin in London, auch wenn es ohne Fans wirklich eine üble Nummer ist. Und dann denke ich, haben wir auch wirklich Chancen, in der nächsten Runde zu stehen. Und dementsprechend, Marvin, toi, toi, toi an uns alle als treue Auswärtsfahrer. Auch eine schöne Runde wäre doch danach dann auch nochmal in den K.O. Spielen, wäre doch auch nochmal schön. Auf jeden Fall hoffen wir einfach mal. Drücken wir die Daumen. Ja, vielleicht ist das halt wirklich jetzt so, Marvin hatte ja gesagt, dass du ohne die Fans so ein bisschen die Motivation von außen fehlt. Vielleicht ist das halt jetzt dann einfach zu wissen, dass das dieses K.O. Spiel ist, dass das jetzt alles oder nichts ist. Und dass du quasi für die nicht vorhandenen oder nicht anwesenden Fans in dem Fall spielst, vielleicht kriegst du damit so ein bisschen diesen Kick da rein, um diese zwei Prozent dann da irgendwie wieder mit zu machen. Also unmöglich ist da nichts, aber ein bisschen mehr Konstanz über den kompletten 90 Minuten als in den letzten Spielen ist da schon mehr als notwendig. Auf jeden Fall. Die Kreativität der Fans ist ja auch eigentlich immer da. Vielleicht gibt es noch irgendwie eine Möglichkeit zu supporten und entsprechend, ich weiß gar nicht, ob es dann auch erlaubt wäre, eventuell irgendwelche, nicht Choreografien, aber zumindest auf die Sitzbänke irgendwie noch ein paar Motivationsbringer zu stellen in der Zeit. Ich weiß es nicht. Ich kenne mich leider mit dem Regelwerk dann gar nicht aus. Ob das dann wirklich komplett leer sein muss, glaube ich nicht, sondern man sieht ja oft, dass dann diese Blocks irgendwie mit so einer schwarzen Folie übertünscht sind. Vielleicht kannst du da noch was, dass einfach die Leute, es geht ja eigentlich darum, den Start nicht zu verpassen, direkt reinzukommen und im Idealfall ein frühes Tor zu machen. Dann ist, glaube ich, London auch wirklich eine Mannschaft, die Probleme auch gegen die Eintracht haben könnte. Aber schauen wir einfach mal. Ja, wie optimistisch wir alle sind. Wir schauen einfach mal. Naja, sagen wir es mal so, in der letzten Spielrunde, wo wir dieses Ding gegen Lüttich da blöd verloren haben, hat Arsenal gegen Gemarisch, Guimarisch, whatever, halt auch nur 1-1 gespielt. Also man kann sie halt schon ärgern. Also so ist es nicht. Ja, ich meine, die erste Halbzeit war auch gegen London ziemlich gut, also bei uns im Ballsteigern. Das hat auch gut funktioniert. Sag mal, wir haben ein paar Fehler gemacht, die haben sie ausgenutzt. Also klar, so kann immer laufen. Ich weiß auch nicht, ich bin jetzt aktuell nicht sicher, mit welcher Mannschaft sie auftreten. Das wissen wir halt auch. Jetzt müssen wir nächste Woche abwarten, wer spielt, wie die Belastung der Premier League ist. Kann passieren, ja. Ich meine, mit einem Punkt wären wir halt super bedient. Müssen wir mal abwarten. Ich finde es halt nur schade, dass halt wirklich die Fans fehlen. Das nimmt der ganzen Sache ein paar Prozent halt raus. Ja, ist richtig. Aber ein Aufenthaltsverbot für London gibt es Stand jetzt noch nicht, oder? Nee, das ist, nein, das kannst du auch nicht bringen. Also es gibt kein, es kann kein Aufenthaltsverbot für Frankfurter geben in einer Stadt, die so international ist, in denen es 40 Verbindungen pro Tag im Flieg, also Flugverbindungen gibt, wo dann so viele Frankfurter halt auch pro Tag einfach da sind. Also ich glaube, das werden sie nicht durchsetzen. Eher so Platzherbote, lokale, lokale Herbote, genau. Aber die sind, ich glaube, die sind auch einfach ein bisschen relaxter. Ich meine, Lüttich ist halt auch ein kleines Problemdorf, muss man auch sagen. Da gab es schon öfter mal Schwierigkeiten. Wir erinnern uns an Hannover, die genau dieses Szenario schon durchlitten hatten, was wir jetzt auch mitgemacht haben. Aber London ist da ein Stück weit gechillter. Ich glaube, da machen wir uns gar nicht verrückt und ich kann mir auch vorstellen, dass trotzdem ein paar Eintracht-Fans im Stadion sein werden und sich aufmerksam machen werden. Vor allen Dingen halt auch ganz viele, sehr wahrscheinlich dann einfach auch in der Stadt, die ihre Flüge und so weiter gebucht haben und das halt in dem Fall dann halt wirklich durchziehen, wenn da jetzt nicht noch irgendwas um die Ecke kommt. Ja, würde ich ja an der Stelle auch tun. Also von daher bleibt es mal abzuwarten. Wir spielen nächste Woche Donnerstag 21 Uhr. Das heißt, wir werden in der Sendung in der kommenden Woche da nochmal detailliert drauf gucken, auch mit welcher Mannschaft wir erwarten oder mit welcher Aufstellung wir erwarten, dass die Mannschaft da auftritt. Das werden wir uns in der nächsten Woche angucken, wenn dann auch das Bundesligaspiel an dem Wochenende rum ist. Speaking vom Bundesliga, dann müssen wir natürlich auch über das vergangene Bundesligaspiel gegen Freiburg sprechen. Auch hier wieder das Thema der unnötigen Niederlage. Die Mannschaft früh dezimiert in Unterzahl, nachdem Gelsan Fernandes diese gelbrote Karte sieht. Mich hat das unwahrscheinlich geärgert. Ich mag Gelsan Fernandes ja sehr und er ist uns einfach auch sehr wichtig, da die Spieler da manchmal sehr akkurat und manchmal auch vielleicht ein bisschen unakkurat vom Ball zu trennen. Aber ganz ehrlich, mit einer gelben Karte bei der Linie, die der Schiedsrichter da drauf hat, in der 45. Minute an der Stelle, wo es halt niemanden juckt, so in den Gegenspieler ranzugehen, dafür gehört er eine Gewatscht bis zum Umfallen. Also ich bin gegen Gewalt, muss ich sagen. Ja, verbal gewatscht. Nee, natürlich ist es ein erfahrener Spieler, der weiß, wie er sich anzustellen hat. Das war eine dumme Aktion, das ist doch ganz klar. Damit hat der Mannschaft entscheidend einen Schaden zugefügt. Ich meine, und trotz der Tatsache muss man auch sagen, dass es keinen Leistungsabfall in der zweiten Halbzeit gab. Das ist richtig. Ja, also wir sprechen über Konstanz. Die Eintracht hat gegen Freiburg durchaus Konstanz bewiesen. Die haben ein gutes Spiel gemacht, aber was wäre möglich gewesen, wenn Jelson Fernandes rechtzeitig zur Halbzeitpause ausgewechselt worden wäre oder zumindest die zweite Halbzeitpause mitgemacht hätte? Ja, es ist schon klar, ich kann Hütter schon verstehen, dass er sagt, er geht bis zur 45. Minute da rein, dann wechselt er ihn aus. Dass du kurz vorher nochmal wechselst, hätte ich wahrscheinlich auch nicht gemacht. Aber ganz kurz dazu nur, also ich fand, es hat sich ja regelrecht angekündigt. Er hat ja wirklich so drei, vier sinnlos Fouls gehabt, wo ich gedacht habe, oh, jetzt in der Runde gestellt. Ja, aber Dennis, guck mal, als Trainer denkst du, das kriegt er schon auch hin. Also du weißt doch schon, okay, der wird selber wissen, dass er jetzt irgendwie zurückhalten muss. Also das muss ich dem Spieler auch zugestehen. Ich sehe ganz ehrlich die Hauptschuld da leider bei Jelson Fernandes. Der ist ja zu wenig smart gewesen und da kann ich, ich kann nicht, ich kann nicht sagen, ja gut, okay, ich nehme ihn jetzt davor raus. Das war in der 45. Minute, das war die 45. Minute, wo Jelson Fernandes die gelb-rote Karte bekommen hat. Da gehe ich doch natürlich als Trainer davon aus, wenn ich das sehe, dass es jetzt eng wird, dass der geht jetzt in die Halbzeitpause, vielleicht legt er sich nochmal hin, um ein bisschen Spielverzeugung zu betreiben und schiene nochmal ein bisschen Zeit raus, dass er ein bisschen smarter agiert. Da war er einfach viel zu wenig clever. Das, da sehe ich wirklich die Hauptschuld und nicht bei Hütte. Das stimmt, Marvin. Ich muss aber sagen, ich fand, du hast natürlich recht, er hat gehofft, ah, jetzt ist die Zeit gleich rum, jetzt haben wir es gleich gepackt, dann kam das dumme Foul. Ich fand aber, dass die Zeit tatsächlich, es war auch, fand ich zumindest schon, ab der dreisten Minute, wo ich zumindest alles schon gezittert habe und gedacht habe, oh je, ja, was ist denn das? Gerade, weil der Schiedsrichter auch wieder, da hatten wir ja jetzt auch zwei Spiele, man hat nicht so große Glück gehabt, fand ich auch, war nicht so feinfühlig, auch in den Situationen. Da war natürlich, war viel Gezeter, viel A und du weißt ja auch, ich weiß, wie heißt der denn, Brüch? Heißt der Brüch? Ich weiß jetzt gar nicht. Natürlich ist für mich auch jemand, der dann eben auch dann mal eine Karte zieht, um da zu sagen, okay, jetzt ist Schluss, ist natürlich super schwierig. Marvin, ich gehe da voll mit dir zu Jelson Fernandes, Jelson Fernandes ist auf jeden Fall der Hauptschuldige. Ich finde es trotzdem schade und das haben wir aber ja schon öfter auch gesehen, dass Trainer in den Situationen, wo ich zumindest das Gefühl habe, und das ist wahrscheinlich wieder dieses laienhafte und total subjektiv und nicht objektiv zu begründende Fansichtfeld, nicht schon vorher im Endeffekt diese Auswechslungen vornimmt. Und da rede ich jetzt nicht von, in der 43. Minute hätte er ihn rausnehmen müssen, weil er gedacht hat, oder auch in der 40., sondern ab der 30. Minute eigentlich schon gesehen hat, oh, hier ist ja bei jemandem akut gelb-rot gefährdet. Ob ich dann diese 15 Minuten da noch so durchbeise, war natürlich dann Pech, dass es in der letzten Minute von der ersten Halbzeit war. Auf der anderen Seite ist blöd gelaufen, hat aber, und da muss ich auch nochmal genau euch beiden recht geben, es hat dem Spiel eigentlich eher von der Eintracht eine gewisse Fokussierung gebracht, dass sie wirklich einen super Fußball gespielt haben in der zweiten Halbzeit. Also über weite Strecken. Ich meine, das ist der große Vorteil, muss man sagen, da hat die Eintracht sich nicht hängen lassen, hat richtig gut gespielt. Ist halt ärgerlich, dass du am Ende ohne Punkt rausgehst, weil das hätte halt nicht sein müssen. Und das ist das Ärgerliche. Du hättest ja in einer guten Situation auch nochmal jemanden einwechseln können, der nochmal für Feuer sorgt. Das hast du dir vorher verschossen, das ist halt einfach Kacke. Das nervt. Das sind halt Einzelsituationen, Einzelschicksale, die der Eintracht momentan irgendwie nicht zum Vorteil gereichen. Aber ich sehe zumindest auch kein Fitnessdefizit und das ist ganz gut. Gerade wenn du überlegst, dass wir ja schon 26 Spiele gemacht haben, was echt schon nach Hausnummer ist. Das ist echt eine Menge und dafür kann man eigentlich wirklich, gerade wie du schon gesagt hast, die zweite Halbzeit da nochmal besonders herausstellen, weil sie da wirklich einfach auch nochmal mit der Unterzahl gut umgegangen sind und da auch durchaus ja Chancen hatten, auch den Ausgleich zu machen. Und dann ist das ganze Ding vielleicht am Ende auch nicht so, wie es dann am Ende war. Klingt auch irgendwie komisch, wenn man das so im Nachhinein überdenkt. Ja, gibt keinen Sinn tatsächlich. Aber gut, ja, haben wir halt nicht geschafft. Dafür gab es am Ende, wie manche Medien berichten, Jagd, Szenen und sonstige Dinge. Ich glaube, wir brauchen jetzt auch da die ganze Aktion nicht mehr im Detail zu beschreiben. Dafür ist das in allen Medien hoch und runter gegangen. Es gab eine, ich würde es mal leichte Kollision zwischen Abraham und Streich nennen. Abraham daraufhin gesperrt für sieben Wochen bis zum Ende des Jahres, was in der Tat sechs Ligaspiele sind, eine Strafe von 25.000 Euro. Die Eintracht hat Einspruch dagegen eingelegt, was heute dann auch verhandelt wurde. Ich würde jetzt erst mal gerne eure Meinung dazu wissen, wie ihr diesen Einspruch seht. Weil da ja auch in vielen Stellen immer davon gesprochen wurde, dass das keine gute Idee ist, dass das ein Imageschaden für die Eintracht ist. Was ist denn eure Meinung dazu? Also Imageschaden bezüglich eines Einlegens, eines Widerspruchs oder Einspruchs für total absurd. Aber ganz ehrlich, ich finde das auch alles Unsinn. Also wir müssen auch nicht nur über diesen Quatsch sprechen tatsächlich. Ich finde, es war ein rechtliches Instrumentarium, was genutzt wurde, um seinem Spieler einen weniger großen Nachteil zu verschaffen. Und das muss rechtlich möglich sein. Das ist in diesem Regelwerk fest verankert, dass ich das vielleicht nicht mega geil finde, kann ich nachvollziehen. Dass es aber rechtlich möglich ist, weil, stell dir mal vor, bei uns verletzen sich die ganzen Innenverteidiger. Und dann bist du in einer Scheißsituation, weil dir alle Innenverteidiger ausfallen und du jetzt noch mit einem Mittelfeldspieler in der Innenverteidigung spielen musst. Und dann sagst du, ja gut, wir hätten jetzt natürlich auch Einspruch einlegen können, dann hätten wir den Abraham jetzt schon zurück. Aber na gut, so ist es halt. Nee, das ist doch halt auch scheiße. Also ich meine, stell dir mal vor, welche Kritik es gegeben hätte von Eintracht-Fans, auch wenn sie gesagt haben, wenn die Eintracht nicht diesen Weg gegangen wäre. Das muss man rechtlich akzeptieren. Das ist eine Möglichkeit. Und deswegen finde ich die Tatsache, wie sich da der DFB-Junkie, der DFL-Junkie, wie heißt der Nachreiner zum Beispiel, der geäußert hat, muss ich echt sagen, Leute, habt ihr alle einen Arsch offen. Das ist eine rechtliche Möglichkeit. Warum bewertet ihr solche rechtlichen Optionen in dieser scharfen Art und Weise? Kann ich nicht nachvollziehen? Finde ich eine Frechheit? Und es gehört zum DFB-Sportgericht, dass man auch sowas nutzen kann. Und dann haben die DFB-Fuzis auch mal ihre Klappe zu halten. Die müssen nicht alles gut finden, aber so öffentliche Bewertungen finde ich echt problematisch tatsächlich. Also das ist mein Take dazu. Ja, guter Punkt auf jeden Fall. Ganz ehrlich, ich wäre es auch anders angegangen. Mir wäre es auch lieber gewesen, hätte Abraham sich nochmal nicht nur bei Social Media hingestellt, sondern hätte gleichzeitig auch ein Statement rausgehauen. Man hätte, also nicht nur bei Social Media ein Statement rausgehauen, sondern hätte nochmal was nochmal gesagt, hätte sich nochmal vor den Kameras nochmal entschuldigt. Dann wäre die Sache noch ein bisschen relaxer gewesen. Sowas bringt ja auch immer eine Chance, dass du die Flucht nach vorne antrittst und dich entschuldigst. Und das nicht nur bei Social Media machst. Ich weiß, das ist okay, Social Media nutzen halt viele Leute, das ist auch cool, nutze ich halt selbst. Aber das persönliche gesprochene Wort, was ich dann höre, hat nochmal ein anderes Gewicht. Und ich glaube, da hättest du anders auch nochmal wirken können. Das haben sie auch verpasst, das muss ich ihnen ankreiden. Aber es ist jetzt halt am Ende auch nicht so dramatisch. Und das Schlimmste ist, mir geht es halt mega auf den Sack, dass jeder ein absolutes Drama aus dieser Aktion macht. Das ist jetzt, das ist scheiße gelaufen und er wurde zu Recht dafür bestraft. Und er hat eine ordentliche Strafe bekommen. Alle Seiten haben sich ausgesprochen. Jeder ist cool damit. Das hast du heute auch gemerkt bei der Verhandlung. Es ist überhaupt kein Stress zwischen den Spielern. Streich, es hat das Ding auch abgehakt. Dann muss ich auch mal die Kirche im Dorf lassen. Also ich meine, wenn wir beide uns zanken, das ist ein schwieriger Vergleich, das trägt nicht hundertprozentig. Aber wenn wir beide uns zanken, dann käppeln wir uns. Aber keiner stellt eine Strafanzeige. Und jeder sagt, wir vertragen uns alles cool. Ja, warum muss ich denn? Dann muss ich doch keine fünf Seiten Zeitungsartikel darüber machen, wie schlimm das war. Also das ist doch, das ist Kacke gewesen. Und das ist eine richtige, er braucht eine richtige Strafe. Kann ich sogar nachvollziehen. Weil das machst du halt einfach nicht gegen Trainer. Es ist auch cool, das machst du generell nicht. Und auch nicht gegen Trainer. Aber man darf die Situation nicht. Ja, als Vorbild halt auch auf die Amateurplätze. Das ist ja da immer so. Ja, aber es ist auch, aber ganz ehrlich, das sind auch keine Roboter. Nur weil eine Abraham eskaliert. Also ganz ehrlich, wir haben auch nicht 10.000 Kopfstöße danach gesehen, nachdem sie dann Materazzi umgehauen hat. Also das ist keine zwingende Beziehung, die hier hergestellt wird. Das kann passieren. Aber es wurde doch penalisiert. Es gab ja nicht, es gab sowohl eine rote Karte sofort danach, als auch eine ganz klare Rüge. Und es gab sogar eine öffentliche Empörung, wie man es auch immer sagen will. Und es hat eine Strafe nach sich gezogen, dass er jetzt erstmal nicht spielen kann. Da muss ich die Kirche dann auch im Dorf lassen. Und wenn ich dann anfange von wegen, oh ja, Abraham, kein Unbekannter. Leute, das ist halt ein Innenverteidiger, verdammte Scheiße. Bei einem Mittelfeld, Ayopay, passiert das halt nicht dementsprechend. Aber es ist ein Innenverteidiger, da passiert halt was. Wir haben alle, das sind alles keine Lämmer. Aber warum wird nicht die ganze Zeit über Leute wie, was weiß ich, Ramos gesprochen? Das ist auch der größte Drecksack überhaupt. Ja, der kommt halt ein bisschen besser weg, wenn er ein paar mehr Titel gewonnen hat. Aber darüber wird nicht gesprochen. Also das nervt mich alles ein bisschen. Man muss die Kirche im Dorf lassen. Er wurde bestraft, er hat sich entschuldigt. Aus. Ja, das war auch so ein Punkt, der mich in dieser ganzen Kommunikation gestört hat, dass da direkt irgendwie von Wiederholungstäter und so weiter die Rede. Aber wie du schon sagst, der hat im Liga-Betrieb, er ist Innenverteidiger, der hat in 142 Spielen in der Bundesliga drei rote Karten gesehen. Das ist pro Spielzeit eine. Also das ist nix. Also das ist, da jetzt von Wiederholungstäter und da jemanden so an den Pranger zu stellen, finde ich schon so ein bisschen... Naja, es ist nix, nix. Also ich meine, eine rote Karte pro Saison ist schon blöd tatsächlich, aber es ist halt blöd. Und das ist genau das ist. Und man darf auch nicht vernachlässigen, dass es jetzt eine andere Komponente hat. Denn die Komponente, die es auch noch hat, der hat sich wahrscheinlich jetzt echt aus dem Team gekekelt. Weil du wirst bald Leute haben, die dann denken, naja, ich spiele jetzt, ich habe jetzt die Möglichkeit, wie Thore, wie ein Dicker. Da denkst du dir, die rotieren nochmal so einfach raus. Das glaube ich nicht. Am Ende hat Abraham sich einen riesen Band-Dienst geleistet, dass er plötzlich aus der Mannschaft rotiert ist. Das kann alles passieren. Also auch sowas muss man halt mitdenken, ja. Ich finde, wir müssen da auch immer wieder die Kirche im Dorf lassen. Weil das hat er auch nicht gemacht, um Leuten zu schaden und so. Nee, hat er nicht. Das ist eine Scheiß-Situation gewesen, die mega dumm war. Aber das war eine Situation innerhalb eines Spiels, wo jeder auch heiß ist. Und jeder ist durch. Unglaubliche Hektik, genau. Ja, und der hat Eintracht ja überhaupt einen großen Fehler damit, also keinen Dienst damit geleistet, weil am Ende hätten wir die zwei Minuten echt noch dafür gebrauchen können, vielleicht doch noch einen Ausgleich zu machen. Also im Zweifelsfall hat er der Mannschaft in dem Spiel jetzt mehr geschadet als geholfen. Weil wie du schon sagst, man hätte ja nochmal mit einem schnellen Einwurf und vielleicht irgendwie in einer gefährlichen Situation auch nochmal den Ausgleich machen können. Und dann wäre das halt wieder ganz anders da gewesen. Ja, also schwierig. Dennis, was ist denn deine Meinung dazu? Nein, also ich muss wirklich sagen, ich gehe voll und ganz mit Marvin mit. Das ist für mich absolut absurd, wenn du was angreifest, was du einfach so vorgesehen hast, dass auch jemand sich verteidigen kann und sagt, okay, Leute, das ist ein bisschen, mir kam es auch im ersten Moment, habe ich gesagt, was, sieben Wochen? Was ist denn mit denen los? Auf der anderen Seite, es hat halt eben momentan, es war sehr in den Medien, es ist sehr, sehr hoch gebauscht worden. Es ist natürlich dann auch schwierig für die Entscheidungsträger, da die Eier zu haben. Nee, wisst ihr was? Wir haben jetzt sieben Wochen gesagt, ach, das war vielleicht doch ein bisschen hoch. Wir machen fünf draus. Dadurch war das für mich klar, dass da nichts bei rumkommt, sondern sind wir jetzt froh, dass da nicht die Strafe noch erhöht wurde? Ich habe heute irgendwas gelesen gehabt, dass dann der Vorsitzende hat noch gefordert, jetzt sollen es acht Spiele werden, um auch diesem Charakter gerecht zu werden, dass wenn du da einen Einspruch machst und eigentlich gut bedient oder gut weggekommen bist, sollst du damit zufrieden sein und nicht noch dein Rechtsmittel einlegen, sondern da kann schnell auch mal die Strafe höher gehen. Finde ich ein absolutes Unding, da gehe ich voll mit Marvin und auch wahrscheinlich René, du wahrscheinlich genau dasselbe. Es ist wahrscheinlich ein Tenor, den wir hier haben. Das Problem für mich ist eigentlich, auch ein anderer Punkt. Die Situation ist für mich nicht ganz eindeutig in dem Sinne, was macht Streich? Was ist die Rolle von Streich gewesen? Das ist aber auch was, worüber wir da reden oder in Ruhe mal vielleicht sprechen. Das muss man jetzt hier in dem Podcast ausdiskutieren. Aber ich finde es auch ungeschickt und komisch. Es ist eine Art Provokation, ja schon auch da gewesen. Wurde auch ganz wenig drüber gesprochen. Finde ich nicht okay. Nein, aber es ist schwierig. Also ich glaube, in Summe gibt es wenig, vollständig Unschuldige in dem ganzen Konstrukt. Jeder trägt da irgendwie so ein bisschen seinen Teil dazu bei. Aber mehr als 50 Prozent von der ganzen Situation gehen halt eindeutig auf die Kappe von Abraham. Ja, jedenfalls. Ja, natürlich. Das ist ja wohl klar. Das bestreitet der Dennis ja auch nicht. Ich meine, es geht hier um eine, was du wahrscheinlich sagen willst, so eine Schuldverteilung von 10, 15 Prozent. Da hast du vollkommen recht. Aber auch da dürfen wir einfach diesen Kontext nicht außen vor lassen, dass es sich hier um eine Situation handelt, die innerhalb eines Spieles passiert, wo es doch ganz klar ist, dass ein Streich auch seine drei Punkte behalten will. Und es ist doch ganz klar, dass er da nicht der barmherzige Samariter ist, der jetzt nur Gutes in der Welt tun will, sondern der will gerade in diesem Moment einfach die drei Punkte bei sich behalten. Deswegen will er doch dann auch gar, deswegen macht er ja auch gar kein Geschiss im Nachhinein. Genau. Die Sache ist ja genau so. Wer war das? Basti hatte das, glaube ich, bei euch in der letzten Fußball- oder in der vorletzten Fußball-2000-Folge gesagt, stell dir mal vor, Streich hält den Ball auf und spielt den schnell zurück und dann machen wir den, die Aktion und dann fällt das 1-1. Dann ist der halt als Trainer auch unten durch. Also absolut nachvollziehbar, dass er da jetzt nicht irgendwie aktiv eingreift. Der muss sich jetzt auch nicht großartig aus dem Weg unbedingt bewegen. Der steht halt da, wo er steht. Da muss er halt als Spieler dann auch irgendwo cleverer sein. Wir müssen auch auf beiden Seiten die Kirche einfach im Dorf bringen. Ja, natürlich. Ich habe auch die Tatsache, dass anscheinend einige Eintracht-Fans dann sekundengenau alles analysiert haben, wie er sich hin und her gewendet hat und so weiter und so fort, dann sekundengenaue Analysen gemacht hat, ob er jetzt den richtigen Schritt gemacht hat. Das ist genauso ein Bullshit, dass wir jetzt genau gucken, wie bösartig war denn jetzt Abraham? Das sind beides keine schlechten Menschen, die waren innerhalb eines Zirkels, in dem es um drei Punkte ging, einfach so in dieser Szene drin, dass jeder, da muss ich es halt sagen, 90-10-Verteilung kann man auf jeden Fall vornehmen, Abraham insbesondere, einfach Mist gebaut hat. Und Streich hat sich dagegen jetzt auch nicht gewehrt. Punkt aus, die Maus, so war es. Und dann ist es auch, es ist halt Fußball, da ist nichts passiert. Keiner ist verletzt worden, es ist alles cool tatsächlich, finde ich zumindest. Und ja, jeder hat seine Strafe bekommen, der Streich weiß auch, das kann er auch, also das ist ja auch so eine Sache, sowas in der Art, das ist jetzt auch für ihn einmalig, der wird nicht nochmal umgerannt werden und der wird auch in der nächsten Zeit auch aufpassen, dass er nicht nochmal zufällig umgerannt wird, weil das, dann ist es ja wirklich so, dass du denkst, also Streich scheitert, ja, ja, genau, das ist auch ein merkwürdiger Typ. Das ist auch für ihn ein Warnschuss gewesen, alles cool, so, aber wir müssen halt einfach sehen, jeder hat jetzt genau das bekommen, was jetzt passiert ist und dann ist es nicht so schlimm. Ja, also heute war dann diese Einspruchsthematik, Abraham durfte nochmal vorsprechen, woraufhin sich dann Menschen dazu geäußert, genötigt gefühlten in der Öffentlichkeit dazu zu äußern und von Märchenstunde zu sprechen, was ich auch schon schwierig finde, wenn die gleichen Menschen dann auch irgendwie von Vorbildfunktionen sprechen und dann andere im Bruchteil einer Sekunde mit solchen Wertungen da irgendwie in der Öffentlichkeit begegnen, also weiß ich nicht, ob man da, ob das die gleichen sein sollten. Freiburg hatte ja auch Einspruch eingelegt, die haben es dann in der Tat ja wohl zurückgezogen, nachdem es Andeutungen gab, dass die Strafe auch höher ausfallen konnte, der Eintracht hat es durchgezogen. Am Ende bleibt es dann eben bei der eben schon genannten Strafe, wo dann auch nochmal irgendwie der eine oder andere sich so ein bisschen komisch geäußert hat von DFB-Sportgerichtsseiten. Also ich finde diese ganze Schose da mehr als merkwürdig. Und das heißt ja jetzt ganz kurz nochmal, Abraham fällt im... Bis die nächsten sechs Spiele aus das erste Rückrundenspiel darf er wieder bestreiten. Es gab die Aussage, dass man sich glücklich schätzen darf, dass diese Strafe nicht auf die Euroleague ausgeweitet wurde. Ich weiß nicht, ob den Menschen schon mal jemand erklärt hat, dass das eine DFB ist und das andere ist UEFA. Das sind zwei unterschiedliche Verbände, aber vielleicht kennen sie den Unterschied da nicht. Aber er darf jedenfalls komplett alle Hinrundenspiele jetzt nicht mehr spielen im Liga-Betrieb. Und es gibt eine Geldstrafe von 25.000 Euro. Okay, gut. Danke nochmal. So, das ist jetzt die ganze Schose von diesem Fantasie-Gericht. Ja, ja. Also wie gesagt, ich will diese Strafe nicht bestreiten. Mir ist es wichtig zu sagen, oder auch, der hätte auch nochmal ein paar Euro drauflegen können, weil so viel Geld ist es jetzt nicht. Nee, so viel Geld ist es nicht. Aber ein paar Euro für irgendeinen gemeinnützigen Zweck drauflegen können, hätte ich ganz cool gefunden. Auch da nochmal proaktiver tätig zu werden, zu sagen, hier, wisst ihr was? Ich sehe ein, das war kacke und deswegen lege ich nochmal 30.000 Euro drauf und dann machen wir was gegen, zum Beispiel, es ist ja ein aktuelles heißes Thema, Schiedsrichter, Gewalt gegen Schiedsrichter. Dann machen wir da nochmal irgendwas. Weißt du, so Dinge, die kannst du echt zu deinem Vorteil nutzen. Das hätte ich cool gefunden. So diese 5% oder 10% extra, dass du sagst, naja, weißt du was, lass uns das einfach was ein post-positives umwandeln, diesen Scheiß, den ich nicht gebaut habe und wir nehmen das Geld jetzt und initiieren was zur Förderung der Schiedsrichter, weil wir momentan echt auch ein Problem in dem Schiedsrichternachwuchs haben. Es gibt nur noch sehr wenige Schiedsrichter, die überhaupt danach kommen und so. Lass uns da irgendwelche Sentence schaffen, dass die einfach Bock drauf haben. Hättest du alles machen können, finde ich ein bisschen schade. Aber dass dann irgendwelche High-O-Piles sich dann dazu äußern und meinen, dass sie die Strafe zu benötig waren, die irgendwie Teil des DFB-Kontroll-Ausschusses sind. Nee, aber ganz ehrlich, der DFB ist ein echt kranker Haufen voll dämlichen Freaks, muss ich sagen. Ich muss mich hier echt gerade zügeln, weil ich finde echt die Wortwahl, finde ich echt krass daneben. Was ist los mit euch? Akzeptiert das doch einfach. Akzeptiert das doch, und dass es eine rechtliche Möglichkeit ist und akzeptiert das doch, dass natürlich immer mit harten Bandagen kämpft wird. Und was seid ihr eigentlich für Clowns, dass ihr irgendwie denkt, solche halbgaren Geschichten überhaupt zu kommentieren zu müssen? Ich meine, da war die Sache noch nicht mal am Ende. Also das kann ich nicht nachvollziehen. Und da müssen wir uns auch echt wirklich unterhalten über dieses Sportgericht, welchen Wert es überhaupt hat und ob das überhaupt alles so richtig ist, dass so viel auch in die Presse nach außen tritt. Ja, das ist für mich halt auch nochmal so ein wichtiger Punkt. Ich meine, dieses Sportgericht existiert ja nur in diesem Kosmos DFB. Das hat ja in der normalen Realität hat das Ding ja überhaupt keine Aussagekraft. Da sitzen Menschen, die eine Macht zugesprochen bekommen, die sich so nirgendwie haben. Die sind ganz normale Menschen, die gehen ganz normal einkaufen, die müssen sich sonst überall anders auch anstellen. Und haben da die Möglichkeit, sich irgendwie auszutoben und nutzen das dann auf so eine Art und Weise aus. Also nochmal, ich kann mit dieser Strafe, ich kann diese Strafe akzeptieren, wenn die Rahmenbedingungen sinnvoll sind, wenn ich das Gefühl habe, dass da Menschen sind, die alles in Betracht ziehen, die eine faire Entscheidung treffen, die, wenn sie von Respekt und Wertschätzung und Vorbild sprechen, das allen Beteiligten in diesem Prozess irgendwie gegenüber kommen lassen. Aber wenn ich das Gefühl habe, dass da einfach Leute sitzen, die willkürlich aufgrund von gerade irgendwie eingewachsenem Zehennagel da Entscheidungen treffen, dann finde ich das mehr als absurd. Ja, da stimme ich dir vollkommen zu. Also kann man auch nicht, kann man nicht besser sagen, das ist vollkommen absurd und da müssen wir echt die Kirche auch mal drauf lassen oder müssen wirklich überlegen, welchen Wert das Ganze überhaupt hat. Ja, also das ist eine ganz, eine viel größere Diskussion, die wir jetzt hier an dieser Stelle nicht führen müssen. Und kurzer Spoiler, über den einen oder anderen werden wir in einer vielleicht gleich folgenden Kategorie dann auch nochmal sprechen. Kann gut sein, auf jeden Fall. Aber naja, also es ist, ja, wie gesagt, es ist gut, dass wir drüber reden, denn das ist schon alles sehr, sehr merkwürdig. Am meisten nervt, dass wir die drei Punkte verloren haben, beziehungsweise, dass wir gegen Freiburg nicht gepunktet haben. Das nervt mich am meisten immer noch an der ganzen Thematik, ganzen Spieltag. Das ist alles doch so ein Rattenschwanz, der mit hinten anhängt, aber das ist natürlich so ein Spiel, ihr habt es doch gerade schon gesagt, das war völlig unnötig, weil du im Endeffekt wirklich ein ordentliches Spiel, auch in Unterzahl, dann diese blöde Situation vorher schon mit Fernand. Das ist einfach ein gebrauchter Tag und dementsprechend, lass es uns unter gebrauchter Tag, Abraham wird sich auch denken, verdammter Mist, warum bin ich da morgens aufgestanden, ist einfach blöd gelaufen. Auf der anderen Seite, vielleicht ist er dann, ja, eben für die Euroleague-Spiele muss er dann halt umso mehr Gas geben, wenn er gesetzt ist und wenn er gestellt wird. Ich denke schon, dass er da auch seine Spielzeit vielleicht noch bekommt. Er wird uns sicherlich in der zweiten oder in der Rückrunde noch sehr, sehr viel weiterhelfen, weil es wird eine lange Saison. Innenverteidiger sind bei der Eintracht seltsamerweise, egal wie viel, wir haben immer rar gesät, dementsprechend gucken wir einfach. Aber drücken wir die Daumen, dass das jetzt alles ein bisschen abkühlt, auch von den Emotionen, auch medial, das geht einem ja nur noch auf die Eier, wenn man das so sagen darf. Dann lass uns doch vielleicht mal in Gänze gerade noch so einen kurzen Blick auf die Saison, wie sie jetzt gerade eben dasteht, werfen. Das ist jetzt so ein knappes Drittel der Saison rum. Die Eintracht steht jetzt mit 17 Punkten da, was jetzt ein bisschen schlechter ist als die letzte Saison, wo wir zum selben Zeitpunkt 20 Punkte hatten. Das ist jetzt wahrscheinlich exakt das eine Spiel, was uns da jetzt so ein bisschen fehlt. Aber so in Summe muss man sagen, wenn man mal so auf die letzten paar Jahre guckt, ist da schon eine gewisse Weiterentwicklung und Konstanz da. Mich würde jetzt mal so interessieren von euch, wer ist denn für euch bislang in diesem Drittel Gewinner, Verlierer und wer ist vielleicht so ein bisschen die Überraschung? Ja, mit was soll man anfangen? Gewinner? Fangen wir mit dem Gewinner an, ja. Ja, also Pacienza, Gonzalo Pacienza ist definitiv ein Spieler, der sich bislang sehr, sehr gut durchgesetzt hat, der enorm gut eigentlich in diese Runde gefunden hat, viele Tore geschossen hat, zu Recht in der Nationalmannschaft. Portugals Spiel da auch schon wieder genetzt hat. Also ich finde, das ist einer der Gewinner und als Nummer zwei würde ich wahrscheinlich ein bisschen auch Renaud, oder? Ja, Renaud theoretisch kann man auch sagen, weil Renaud ja auf jeden Fall, wir hatten alle so ein bisschen Bedenken, so Kacke, kann er die Lücke jetzt füllen, die Kevin Trapp irgendwie jetzt auch gerissen hat, ganz klar mit seinem Ausfall. Ich finde, das hat er extrem gut gemacht und dann gibt es für mich ehrlich gesagt noch jemanden wie Sebastian Rode, von dem wir auch nicht wussten, ob er genau diese herausragende Leistung der letzten Rückrunde so bestätigen kann, dass wir sagen, wir sind immer noch froh, dass er da ist und boah, oh boah, ich bin sehr froh, dass er da ist. Die drei gehe ich voll mit. Also wie gesagt, für mich ist definitiv, du hast es eben schön nochmal ausgeführt, Renaud war für mich einfach, vorher habe ich Pickel bekommen, wenn ich nur gehört habe, er soll ein paar Spiele in der Startelf anfangen. Jetzt ist es wirklich was, er hat sich ein Standing erarbeitet, er hat wirklich ordentliche Leistung gezeigt, das ist ein stabiler, stabiler Background und definitiv jemand, der durch die Leistung auch definitiv momentan sich das verdient hat, dass er die aktuelle Nummer 1 in Anführungszeichen ist. Trapp wird da sicherlich auch ihm dann wieder gut zu untergeben, wenn er zurückkommt, aber es ist jetzt nichts, dass wir sagen müssen, oh mein Gott, wir spielen fast ohne Torwart und das war ja in den Testspielen und Marvin, das ist ja genau das, was du auch schon gesagt hast, das war ja teilweise wirklich ein Albtraum und wie unglücklich diese Spiele einfach gelaufen sind und jetzt sehen wir, warum der Verein überhaupt den Spieler damals verpflichtet hat, warum auch das Vertrauen dann doch geschenkt wurde, sollte ja da auch, eventuell, damals haben wir ja auch schon drüber gesprochen mit Esser, eventuell da ja nochmal ein Wechsel und so weiter, dass das vielleicht alles dann doch so ein bisschen verschoben wurde und auf andere Positionen mehr Wert gelegt wurde. Jetzt kann ich es verstehen, ich bin wirklich ein bisschen beruhigt, dass wir da so einen guten in der Realität zweiten Torwart haben. Ich habe in der Tat auch die drei, die Marvin genannt hat, auch auf der Liste. Ich finde, Paciencia profitiert enorm davon, zum einen, dass Halea, Jovic, Rebic weg sind, weil er jetzt einfach die Chance hat, da sich zu zeigen, auch in Kombination jetzt mit Silva und Dost, wo er einfach Partner da vorne hat, mit denen er sich versteht, die er kennt, mit denen er sich sprachlich auch nochmal anders da austauschen kann und jetzt so ein bisschen auch einfach davon profitiert, ins Spiel findet und einfach jetzt habe ich zumindest das Gefühl, richtig bei der Eintracht angekommen ist. Renaud hatte ich auch, wie Dennis sagte, am Anfang so ein bisschen sehr viel Bedenken und hatte mir so ein bisschen Schiss, aber er macht es extrem gut. Ich bin mir aber auch ziemlich sicher, dass wenn Trapp da ist, dann gibt es da keine Diskussion, wer dann da im Tor steht und bei Rode haben wir einfach sehr viel auch gemerkt, wenn er im Spiel fehlt, dann geht unser Mittelfeld da so ein bisschen unter, das muss man leider auch sagen. Auf jeden Fall, obwohl so wirklich auch ein ordentliches, also nicht wirklich als Gewinner zu sehen, aber es ist auf jeden Fall ein ordentlicher Backup oder auch ein Spieler, den man sehr gut an die Startelf stellen kann und wer hier bei der ganzen Sache auf keinen Fall vergessen werden kann, was kostet, schon wieder für ein Pensum abgeleistet hat, was er für eine Leistung und für eine Präsenz auf den Platz bringt und da jede Woche Vollgas und auch Gefahr. Mittlerweile ist er ja wirklich auch ein Spieler, der, ich sag mal, schon den Zug auch zum Tor ein bisschen hat. Das gefällt mir sehr gut. Das ist auch für mich ein Spieler, Kategoriegewinner ist da ein bisschen schwierig, ist einfach jemand, der wieder die Leistung bestätigt hat. Das ist wirklich super. Bei Patienz, ja, der hat wirklich nochmal einen weiteren Schritt nach vorne gemacht. Renaud, wie du auch sagst, Drohde auch, der jetzt wirklich in der Mannschaft wieder voll angekommen ist. Dementsprechend sind einige dabei und auch wenn diese 17 Punkte vielleicht etwas schlechter sind als in der Vorsaison, sind, wir haben natürlich hier auch Punkte drin, wie zum Beispiel gegen die Bayern, da haben wir vielleicht, die hätten wir vielleicht vorher nicht eingerechnet, auf der anderen Seite haben wir an der einen oder anderen Stelle mal was liegen lassen. Es ist einfach so, die Abrechnung wird am Ende gemacht, wir gucken mal, wie es weitergeht und wenn wir weiterhin mit der Mannschaft so einigermaßen arbeiten können, denke ich, ist da schon noch was drin. Gibt es auch aus eurer Sicht einen Verlierer in dem Konstrukt? Ja, also, ja, leider. Also es gibt logischerweise, wo es große Gewinner gibt und auch Überraschungen, also Überraschungen, Touré beispielsweise, der sich hier wirklich gut in dieser Mannschaft überhaupt gespielt hat, was wir nicht gedacht hätten tatsächlich. Oder zumindest ich nicht gedacht hätte. Es gibt ja natürlich auch Verlierer und leider sehe ich halt so mit Johnny De Guzman halt einen Spieler, den ich nicht mehr großartig, aber das ist ja gar nicht böse gemeint, aber ich meine, du merkst halt, dass die Leistungsdichte innerhalb dieses Mittelfelds extrem groß geworden ist, ja, und du hast auch so Leute wie So, die das Potenzial haben, noch, noch viel besser zu werden. Genau. Und dementsprechend gibt es halt jemanden wie Johnny De Guzman, der ein geiler Typ ist und der auch, glaube ich, der Mannschaft grundsätzlich gut tut, aber der wird halt nicht mehr auf großartig viel Zeit kommen und wir müssen auch noch sagen, auch ein ganz, ganz großer Verlierer, was ich echt schade finde, es ist Lukas Thoreau. Ja, Lukas Thoreau habe ich halt gedacht, Mann, 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 Spieler mit einem Riesenpotenzial, der Junge sieht gerade überhaupt kein Land. Ja, das tut mir auch extrem weh, den habe ich in der Tat auch hier mit als erstes drinstehen, der auch bedingt durch seine Verletzungspause, aber an dem wir jetzt, wo wir ja der Meinung waren, okay, jetzt hat er es durch, jetzt kann er wieder durchstarten und dann hast du einfach dieses Mittelfeld mit einem Fernandes, mit einem Rode, mit einem Sow, mit einem Kamada, mit einem Chor, wo er gerade irgendwie überhaupt kein Land zu sehen scheint und das finde ich extrem schade, weil ich ihn eigentlich als Spieler immer sehr gemocht habe und auch einfach so das Gefühl habe, dass da noch viel mehr irgendwie drinsteckt und da noch viel mehr irgendwie an Spieler rauskommen kann, aber irgendwie hat er da gerade null Stich. Hatte sich ja angekündigt auch durch die Nicht-Nominierung für die Euroleague. Bei beiden ja, auch bei der Guzman ist natürlich super, super unglücklich gelaufen. Auf der anderen Seite musst du auch sagen, ist in Anführungszeichen ja ein Luxusproblem, wenn du auf so Spieler, die in unseren Augen, glaube ich, beide Potenzial haben, auch theoretisch Startelf oder Stammelf zu spielen, verzichten kannst, wird das seine Gründe haben. Hütter sieht die aktuelle Mannschaft einfach etwas stärker, obwohl natürlich hier auch schnell ein Wechsel wieder stattfinden kann, wenn du ein bisschen Verletzungspech haben solltest, wenn du eventuell auch mal in der einen oder anderen Seite jetzt die Runde noch weiter, also über den, nicht nur im DFB-Pokal weiterkommst, sondern auch eventuell in der Euroleague noch eine Runde weiterkommst oder auch noch mehr, werden die Spieler wieder super wichtig. Vielleicht kannst du dann was nachnominieren, ich weiß nicht, oder Spieler verletzen, sich kannst du dann vielleicht dadurch ersetzen, das war ja auch mit dieser Deutschquote oder Ausbildungsquote war das ja dann auch noch ein Problem gewesen, aber muss man einfach schauen, inwieweit das passt. Für mich ein Verlierer beziehungsweise ein, wie soll ich das denn nennen, ich glaube, ihr habt, was noch genannt werden soll, das ist eine Überraschung, eine negative Überraschung, ist für mich bis jetzt leider wirklich Silva, also von dem hatte ich mir sehr viel versprochen, als der Wechsel kam, er hat mich eher negativ bis jetzt überrascht, also es ist, ich dachte, er kommt wirklich ins Spiel und kann eventuell auch etwas mehr, ja, noch mehr Torgefahr oder diesen Killerinstinkt ins Spiel bringen, das fehlt mir momentan noch vollständig, da ist eher Dost für mich wirklich einer, der macht seine Tore, der braucht zumindest nicht so viele Chancen, Silva ist für mich jemand, der momentan noch viel zu viele Chancen braucht, ist natürlich unfair, ihn jetzt auch da jetzt schon zu bewerten, weil er ja auch mit Verletzungen etc. sowieso ein bisschen einen schwierigen Start hatte, aber definitiv für mich jemand, der momentan eher zu den Verlierern beziehungsweise negative Überraschungen zählt. Boah, das geht mir halt viel zu weit, ne? Also ich meine, er kam in am letzten Tag der Transferphase, hat halt immer wieder mit Verletzungen gehabt. Das ist es eigentlich zu früh, hast du recht, ja. Also ich meine, ich finde da, wir kennen ja Bruchhagen, der früher immer gesagt hat, um Spieler gut zu bewerten zu können, musst du ein Jahr, bis du vielleicht sogar anderthalb Jahre warten, soweit würde ich vielleicht nicht gehen, aber jetzt, aber das ist mir noch zu früh tatsächlich. Ich kann verstehen, ich weiß, was du meinst, Fakt ist, aber der muss auch erst mal zehn Spiele am Stück machen und dann schauen wir mal, wenn er dann, wenn er dann nicht genau das macht, was, oder nicht so geil ist, wie wir uns das erhoffen, können wir nochmal drüber sprechen. Aktuell würde ich einfach nochmal, ich würde ihm noch ein bisschen die Chance geben tatsächlich. Ich glaube, wenn er wirklich mal zehn Spiele am Stück machen kann, dann sehen wir nochmal einen anderen Zil. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall sehr gerne. Finde ich auch schwierig. Für mich ist ganz klar Überraschung, Rönno, den habe ich zwar bei den Gewinnern schon, aber er ist gleichzeitig für mich auch eine Überraschung zum einen, weil ich nicht erwartet hätte, dass er tatsächlich spielt. Gut, das ist jetzt der Verletzung von Kevin Trapp geschuldet, aber auch für mich eine große Überraschung, dass er tatsächlich dann sich da jetzt so präsentieren kann und das da einfach ganz extrem gut macht. Also von daher fällt er für mich da auch ganz klar in diese Kategorie rein. Okay, dann wahrscheinlich auch aber Kamada, oder? Kamada, da geht es mir so ein bisschen wie dir, auch hole ich mir wahrscheinlich jetzt gleich von Marvin dann die nächste Schelte ab, dass das alles zu früh ist, um das zu bewerten, der ja auch, muss man ja auch sagen, quasi als Neuverpflichtung gilt. Weil er ja auch quasi aus der belgischen Liga da rüber kam. Ich bin mit Kamada, mit dem Struggle, ich gerade so ein bisschen, weil von der Erwartungshaltung, die da aufgebaut worden ist, ist er für mich gerade so ein bisschen, also Erwartungstechnisch, ist er so ein bisschen wie Gacinovic am Anfang. Ich finde ihn spielerisch total toll und er macht extrem viel für die Mannschaft, die Vorlagen sind grandios. Aber was mir halt einfach fehlt, ist irgendwie mal so ein Abschluss. Der Kerl hätte, wenn man mal so diese ganzen Expected Goals zusammenzählt, hätte der schon fünf Buden machen müssen, der hat keine einzige gemacht. Also da an der Stelle ist er für mich so ein bisschen so, da hätte ich gern, dass er dran arbeitet, deswegen ist er für mich dann vielleicht auch so ein bisschen negative Überraschung, einfach weil meine Erwartungshaltung gewesen wäre, er ist da stärker im Abschluss. Vielleicht kommt das noch. Who knows? Okay. Ja, mich hat es überrascht, dass er so, ja, eigentlich den, ich dachte ja, Gacinovic kriegt wieder ein bisschen mehr Zeit auf der Position und dass Kamada ihn, ja, eigentlich da so extrem dominiert, zeigt eigentlich nur, dass Gacinovic tatsächlich ein Problem auch hat, denn, ja, ich sag mal, das ist ja wirklich hier nichts mit Pari, sondern eigentlich, wenn Kamada fit ist und Kamada ja nicht gerade erst vor 500.000 Kilometer geflogen ist, dann spielt eigentlich ein Kamada in der Startelf. Ja, und selbst lassen würde ich und Gacinovic da nicht sehen, dann spielt da ein So auf der Position, aber ganz ehrlich, Gacinovic, der ist abgeschrieben für mich. Oh ja, Leute, ganz schön weit geht er hier gerade, ne? Also ich meine, Gacinovic hat schon echt wichtige Spiele gemacht, dass er momentan halt bei diesem Maße einfach nicht die Qualität hat, die andere haben, das merkt man ja gerade. Ist so, also stimmt dir, stimme ich zu. Ich kann dir auch, ich finde es auch verständlich, dass du sagst, René, naja, der Kamada ist halt zu Abschlussstark. Ist halt auch. Also sehe ich ganz genau so. Bin ich auch vollkommen bei dir, auf jeden Fall. Aber, ich würde, Gacinovic, seine Position kann man doch gerade gar nicht so wirklich bewerten. Der war auch verletzt. Der hat halt momentan nicht die Chance, weil er genauso wie halt Toro, ja, sag ich mal, überhaupt nicht so rankommt. Ich weiß nicht, also Gacinovic, ich glaube, wir werden mit diesem ewigen Gacinovic einfach leben müssen, ne, der vielleicht nochmal näher herankommt, aber halt nie dieser Key-Unterschiedsspieler sein kann. Wahrscheinlich ist es einfach so. Aber, ähm, Gacin Camada mehr an, die Anlagen hat und halt auch mal diese Autorrei nicht mehr machen muss, da bin ich bei dir. Ja. Leute, noch zu zwei, zu zwei hätte ich noch eine Frage, wie ihr sie zumindest in der Saison einschätzt. Das ist zum einen Durm, Erik Durm, was ihr dazu sagt, wie er, wie er euch gefallen hat bis jetzt so im ersten Drittel bei der Mannschaft und damit dann auch entsprechend da Costa als, ja sozusagen, Gegenpart, wie ihr die beiden eigentlich dann bewertet auf der rechten Seite sozusagen. Ja, also, Durm, Durm finde ich okay als Einwechselspieler tatsächlich oder Spieler, der mal ein, zwei Spiele machen kann. Mehr halt nicht. Ja, sehe ich es auch so. Also, Durm wäre für mich jetzt definitiv nicht, äh, Richtung Dauerlösung, sondern in der Tat Einwechselspieler, Ersatzspieler, Übergangsspieler, whatever. Ähm, und da ist für mich da Costa schon einfach auf rechts der Spieler, der da, der da gesetzt ist, was auch dann halt wiederum so ein bisschen schade ist für den Timmy Chandler, der ja jetzt seine Verletzung überstanden hat und da aber halt auch einfach kein, kein Land so richtig sieht und wahrscheinlich auch dauerhaft nicht sehen wird, außer halt eben auch als Einwechselspieler. Meine Erwartungshaltung gegenüber Durm war jetzt nicht so riesengroß, deswegen ist da jetzt auch nicht viel Enttäuschung mit dabei. Ist ein solider Spieler, aber der wird jetzt, nicht irgendwie 20 Spiele oder 30 Spiele am Stück in der Saison machen. So ist das auf jeden Fall, ja. Ja, also ich finde es super, dass wir so einen Spieler haben halt. Also der macht mich primär manchmal zu Weißglut, aber der hat uns keine Ablöse gekostet und ist ein Spieler, der eine gewisse Qualität mit sich bringt. Wir müssen trotzdem Perspektive schon überlegen, was wir nach Kostic und so machen, ja, also da, das wird ja auch ein zeitlich endliches Vergnügen sein, müssen wir halt mal gucken, aber da baue ich voll und ganz auf, wenn Manga und Krum. Ja, das wäre jetzt auch so mein Take. Gut, dann lass uns doch diese kleine, vielleicht zu frühe, Saisonbewertung abhaken und dann wird es jetzt Zeit für einen guten alten Bekannten. Der Marvin hat da heute was getwittert und hat den Dumschwärzer der Woche aus der Versenkung geholt, was zu, oder gestern, ja, heute aber auch nochmal, was zu dramatischen Szenen, die sich auf den Straßen abspielten, geführt hat. Menschen lagen sich weinend in den Armen, Autos wurden vor Freude angezündet. Also, euer Feedback, was wir da bekommen haben, war grandios und wie zu erwarten war am heutigen Tag, dreht es sich ganz viel um auch diese Abraham-Thematik. Soll ich erstmal das vorlesen, was die Hörer so uns genannt haben? Oh ja, gerne, gerne, gerne. Kannst du mal an, ja, ich hab's zusammen, aber mach, ja, gerne, gerne. Oder Marvin, du, du, du kannst ja ergänzen, was ich vergessen habe, also, der Stefan aka Superheld hat uns tatsächlich nichts geschickt, was mit Abraham zu tun hat, sondern er hat uns eine, eine längliche Mail, ähm, geschickt und er, er nominiert, ja, da sind sie wieder, die länglichen Mails vom Superhelden, ähm, er nominiert das, äh, Eintracht, äh, Social Media Team, weil die heute irgendwie so einen lustigen Tweet rausgeschickt haben, von wegen irgendwie Waiting for Bundesliga mit einem traurig da reinblickenden, ähm, Danny Da Costa und sein Take dazu ist, ja, kann man machen, wenn man aber gleichzeitig das Problem hat, dass massenweise Leute irgendwie auf das Ticketsystem zugreifen wollen und Eintrittskarten kaufen wollen und die ganze IT nicht in den Lauf kriegen, muss man vielleicht auch manchmal einfach ein bisschen ruhiger sein. Hat sicherlich, äh, seine Punkte. Ähm, dann die Zambrine, die allseits Bekannte, hat uns, ähm, geschrieben, sie würde gerne alle Twitterer nominieren, die Abrahams Bodycheck mit Abrahams Bodycheck den Untergang des friedlichen Bundesliga-Landes, äh, gesehen haben. Äh, das war ja so ein Punkt, den wir vorhin auch schon besprochen haben. Dann haben wir ganz viele, äh, Nominierungen bekommen. Zum DFB, Ronny Zimmermann, äh, äh, dem, äh, vorsitzenden Richter und dem Chefankläger in diese Abrahamsache. Und zwar haben das geschickt uns, der Ehrenbruder, der Davaden, der SGI-Igel, der Janno, äh, Jan Osrek, der Pendejois, Mar Pilgrim, Taunus Abel, Iboas Zeugen und HSFFM. Ich bin mir ziemlich sicher, ich hab da irgendeinen vergessen. Dann hat uns der Käpt'n Klumsi geschickt, Ralf Rangnick, auch ein lang und gern gesehener Freund unserer Sendung, der fordert, man möge doch bitte die Fußballtore größer machen. Was der da geraucht hat, weiß ich auch wieder nicht. Und, äh, Schmackhoff hat's den, fand ich auch ganz toll, nominiert Julian Wolf von der Welt, der bei Sky letzte Woche gesagt hat, er hat die Schulter von Streich bis ins Studio knacken gehört. Ja. So, ein Kacke. Ja, okay. Also, daran schließe ich mich tatsächlich an, denn, äh, daran wirklich, daran schließe ich mich an, also, denn, das ist alles unfassbar absurd, tatsächlich. Denn, ähm, die Tatsache, dass die Welt mittlerweile komplett den Rad, also, komplett das Rad ab, ist unfassbar. Also, Julian Wolf, der wirklich die knackende Schulter an wollte, da denke ich mir, was ist eigentlich mit dir los, ja? Dann eben, der ebenfalls genannte Patrick Krüll, der Attacke, äh, hier, die Attacke gegen Streich, war auch ein Angriff auf den Fußballer, stelle ich mir die Frage, was ist denn, also, echt, ne? Ihr müsst auch echt ganz schön erbärmlich sein, erbärmlich sowieso tatsächlich, aber halt auch ganz schön in Geldnot, dass ihr mit so einer Scheiße dann irgendwie jetzt auch noch Artikel füllen musst, nur damit die Klicks ziehen, geht mir richtig auf die Eier tatsächlich, also, bin ich richtig wütend, und das schließt aber an meinen, den eigentlichen Grund an, warum ich überhaupt den Dummschmerzer der Woche mal wieder, ähm, erleben wollte, denn, wir sind ja hier auch so ein bisschen, ja, der Podcast, wir unterhalten uns über viele Dinge, ja? Und, ähm, ich kann, ich bin wirklich seit zehn Jahren jetzt bei Twitter, ne? Und es gefällt mir gut, ich bin, ich mag das, es ist eine super Sache, aber bei Gott, ja? Es gibt echt so ein paar Twitterer, ne, die schon lange eigentlich SIFT Twitter, ähm, ja, wie soll ich sagen, immer wieder bemühen und eigentlich rot sind tatsächlich, und dazu gehört Donald Fonso, und eigentlich, ja, Donald Fonso, und, das müssen wir mal ein bisschen ganz kurz thematisieren, und der Fakt ist, dass Donald Fonso einer derjenigen Leute ist, die in dieses Netzwerk, dieses extrem anfällige Netzwerk wie Twitter, eh schon für sich korrumpiert haben, ja? Und immer wieder, immer wieder darauf geht und gezielte Shitstorms gegen einzelne Personen vorantreibt, dass er eigentlich derjenige ist, der schon 2012, schon 2013, ähm, hat er auch angefangen, das war irgendwie, eigentlich war das irgendwann mal so ein Twitterer, der immer schon ein komischer Freak war, und dann hat er seine Kolumne bei der FAZ gehabt, und dann hast du gedacht, okay, du bist auch schon ziemlich, eine Knalltüte, um es mal positiv zu formulieren, aber gut, mach halt dein Ding, und dann irgendwann ist er immer weiter radikalisiert, immer ein krankerer Freak geworden, und dann hat er auch in seiner FAZ, in seiner FAZ-Block, Leute schon persönlich auch angemacht, wegen einzelnen Tweets, dass es damals schon Shitstorms gab, aber das hat jetzt eine ganz eigene Dimension. Mittlerweile ist er zur Welt gewechselt, ah, da kommen wir wieder zur Welt, ja, die anscheinend ein Hort für, für Geisteskranke sind, ja, Grüße an Ulf Poschert, der sich jetzt eingeschaltet hat, gemeint, jetzt muss er von sie retten, ich kann nur sagen, die Welt mit allem, was ich momentan sehe, sei es Patrick Krüll, sei es Julian Wolf, oder sei es Donnerfonso, ihr bekommt von mir persönlich jetzt schon, den Dummschwätzer der Woche, ich werde übrigens Donnerfonso wahrscheinlich nochmal irgendwann erwähnen, ich habe nämlich keinen Bock mehr, dass dieses Thema nach zwei Tagen wieder durch ist, weil, was der in der letzten Zeit hier für Hass niedergeprasseln, nieder hat prasseln lassen, in den ganzen Jahren, jetzt wird es langsam mal Zeit, dass man sagen, hier so jetzt mal stopp, jetzt reicht es auch mal, weil wir müssen uns so gute Netzwerke wie Twitter und so nicht kaputt machen lassen, aber er arbeitet bei einem lustigen Netzwerk, das nennt sich die Welt, und ich glaube, die haben allein für die Abraham-Berichterstattung mehr als dieses Ding verdient, aber ihr könnt natürlich trotzdem entscheiden, aber lieber Leute, keine Angst, Uli H. bekommt nochmal einen Sonderpreis, aber wir wollen das ja nicht für diese Woche, da werden wir uns am Ende des Jahres noch was überlegen, gerade Uli H. hat ja jetzt auch angedeutet, dass er sich jetzt viel freier äußern kann, weil ja jetzt seine Aussagen nicht mehr direkt mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht werden, also das lässt ja einfach auf ganz Großartiges bis zum Ende des Jahres noch um. Ja, definitiv. Aber ich gebe dir vollkommen recht bei diesem Don-Alfonso-Thema, und wie du schon sagst, das darf man jetzt auch nicht irgendwie nach zwei Tagen da wieder ruhig werden lassen, man muss die Menschen einfach auch als das benennen, was sie sind, nämlich Menschen, die ganz offensichtlich gegen andere hetzen, aus welchem Grund auch immer, aber solche Menschen sollte man dann mit Gegenwehr begegnen und nicht das irgendwie unter den Teppich gern, weil das haben wir zu lange jetzt mittlerweile gemacht. Ja, und die Sache ist, weißt du, normalerweise häußern uns ja nicht zu oft und die Sache ist, kann auch jeder so, kann auch denken, was er will und so weiter und so fort. Wichtig ist halt, dass man sich auf Augenhöhe begegnet und das ist für mich echt schon wichtig. Aber wenn ich sehe, welche Mittel von ihm auch angewandt werden und auch von seinen Jüngern und so weiter und so fort, muss ich sagen, das schreitet jegliche Grenzen, ja. Und wir müssen uns doch, wir müssen noch einen Grundkonsens haben und der Grundkonsens kann doch sein, dass wir alle eine ordentliche Kommunikation, auch wenn wir unterschiedliche Meinungen haben, dass wir einigermaßen miteinander klarkommen, dass einer sagt, hier, ich sehe das so, der andere sieht so und vielleicht kommt man zueinander, kommt nicht zueinander, aber es kann nicht daran enden, in Hass-Tiraden, es kann nicht in persönlichen, ja, in Morddrohungen und so weiter, was Haupt, was total oft von seinen Anhängern und Anhängerinnen, meistens sind es Anhänger, gemacht wurde, das ist halt eine Kommunikation, der kann ich mir nicht anschließen und da müssen wir auch mal sagen, Leute, du bekommst von uns den Dumpfschwärter der Woche. Vielleicht sogar noch mehr. Vielleicht sogar noch mehr. Also wird eine harte Entscheidung, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ich hoffe, ihr wisst noch, wie das funktioniert. Ich bastel da wieder eine kleine Abstimmung, dann könnt ihr da noch abstimmen. Dennis, hättest du noch eine Ergänzung oder war die Liste für dich schon sehr voll? Oh, ich denke, hier ist so viel Potenzial schon da, da werde ich jetzt niemanden mehr hinzufügen. Ich glaube, wir haben auch echt geil viel Potenzial diese Woche. Ich meine, das ist jetzt wieder so geballt, ich meine, eigentlich könnte man die Welt als Gesamtkonstrukt mal nominieren. Alfonso hat ja jetzt, ist jetzt zum Beispiel derjenige, hat jetzt nicht eine Sache gemacht, der ist ja Dauer, das ist ja ein Dauerwerk der Grausamkeiten, tatsächlich, ja, aber ihr merkt, er arbeitet mit vielen interessanten Persönlichkeiten zusammen, also überlegt euch, wen ihr dann irgendwie wählt. Es sind ja wirklich viele gute Kandidaten dabei. Grüße an Herrn Nachreiner. Das ist leider Gottes korrekt. Ich habe noch eine kurze Ergänzung, weil die wurde uns gerade auf Twitter zugespielt, wegen meiner Aussage gerade eben, dass der DFB ja da sehr gnädig war mit dem, dass sie das nicht auf internationale Wettbewerbe ausgeweitet haben. Es gibt wohl in der entsprechenden Rechts- und Verfahrensordnung einen Passus, der besagt, dass Strafen auch internationale Wettbewerbe ausgeweitet werden können, wenn die Wettbewerbsbestimmungen dies denn gebieten. Also anscheinend gibt es da einen Passus, dass man das sehr wohl tun könnte. Das macht das ganze Thema nur noch merkwürdiger und zeigt, wie drast oder wie dramatisch eigentlich dieses Geklüngel zwischen diesen Verbänden DFB, UEFA und FIFA tatsächlich ist. Krähe, Auge und so weiter. Würde ich sagen, hat die Eintracht doch richtig Eier gehabt, dass sie doch den Einspruch gemacht hat. Ja, und ich meine, man redet viel, und das ist ein guter Punkt, man redet viel auch über Schickhardt als Anwalt, der natürlich viele Kniffe kennt, der nicht immer der Beliebtest ist. Fakt ist aber, dass in so einer Situation es auch wichtig ist, gute Anwälte zu haben, die ist halt einfach in seiner Verfahrensordnung, die halt einfach wissen, wie weit sie gehen können. Das ist halt auch einfach eine wichtige Nummer. Und das muss man auch sehen. Wenn, guck mal, stell dir mal vor, du wärst das Opferlamm und lässt dich dann nochmal bequatschen und bist dann plötzlich auch international gesperrt. Also das wäre aber auch richtig, also da wäre die Kirche überhaupt nicht mehr im Dorf geblieben. Ja. Nun gut, dann, liebe Hörerinnen und Hörer, es gibt eine Abstimmung auf eintracht-podcast.de. Dort dürft ihr dann mal wieder auf die aktuelle Folge klicken und für euren Domschwärzer der Woche abstimmen. Und dann gucken wir nächste Woche, wer gewonnen hat. Und es bleibt, jetzt wird nicht wieder eine Dauerkategorie, aber wir werden es von Zeit zu Zeit, gerade in so Situationen wie jetzt diese Woche, den Domschwärzer der Woche dann mal wieder rausholen, weil es macht ja dann doch so ein bisschen Sinn und Spaß ja dann auch. Es war halt auch jetzt notwendig, es hat sich so viel angestaut in den Abramor. Guck mal, wie viele tolle Bewerbungen, tolle Anführungsstrichen wir ja auch von unseren Hörerinnen und Hörerinnen bekommen haben. Vielen Dank dafür. Es ist manchmal verrückt, ja, und wir machen das wirklich nicht jede Woche, aber es hat sich so viel angestaut und wir werden es bestimmt vor dem Jahreswechsel auch nochmal machen. Vielleicht überlegen wir uns da noch was. Alles klar. Okay. Gut, gut. Wir reden jetzt gleich weiter über Wolfsburg. Allerdings ohne den lieben Marvin, der muss noch anderen Tätigkeiten nachgehen und verabschiedet sich jetzt hier leider. Marvin, es war uns ein Fest und dann bis nächste Woche. Danke, Marvin. Warte, warte, warte. Marvin, wir brauchen natürlich deinen Tipp, wenn wir noch gegen uns. Ah, da Dennis hat aufgepasst. Na komm, wir müssen mal wieder Punkte holen. Ich würde mal sagen, jetzt reicht es mir auch tatsächlich. Machen wir einfach 3-1 für die Frankfurt-Eintracht. Gegen, die, naja, wir müssen uns überlegen, die Wolfsburger sind momentan auch nicht so mega geil drauf. Die waren ja zwischenzeitlich mal extrem gefährlich. gerade so das Gefühl, jetzt werden sie wieder gerade unten durchgereicht, jetzt zu Hause verloren. Ihr werdet das jetzt in Gänze besprechen, aber ich sage einfach mal, klares 3-1 und dann kommen wir nämlich wieder in die Spur und dann sind wir bald gegen Arsenal unterwegs. Und wer weiß, was dann passiert, denn ich will eigentlich in der nächsten Runde auch noch dabei sein. Ja, nochmal so eine Auswärtsparte Das wollen wir unbedingt. Gott, ey, kann doch nicht sein, dass die uns jetzt hier alles klauen. Wir müssen nochmal international unterwegs sein. Nochmal schön nächstes Jahr nochmal zumindest eine Runde und dann schauen wir mal, wie weit es läuft. Aber das muss noch dran sein. Ja, das denke ich auch. Das werden wir im Detail, aber dann nächste Woche nochmal. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao. Tschö, Marvin. Tschö. Ja, nächster Gegner, Wolfsburg. Marvin hat schon getippt, wir spielen am Samstag 15.30 Uhr zu Hause, was ja erstmal schon mal gut ist, weil in den Heimspielen sind wir in dieser Saison eine absolute Macht. Der VfL hat die letzten sieben Pflichtspiele tatsächlich nicht gewinnen können. Da waren eine ganze Reihe an Unentschieden und auch die ein oder andere Niederlage dabei. Also von Fallobst will ich jetzt... Trotzdem sind wir punktgleich, ne? Wir sind punktgleich, das ist leider Gottes korrekt. Die haben halt davor so ein bisschen mehr gewonnen, aber in der Tat haben sie die letzten sieben Spiele nicht gewonnen. Ich kann dir auch gleich nochmal sagen, gegen wen sie da gepatzt haben, wenn diese Seite hier gleich sich öffnen mag. Bitte bewahren Sie noch einen Moment Geduld. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich auf unbestimmte Zeit. So, ähm, sie haben zuletzt gegen Leverkusen 2-0 verloren, sie haben gegen, äh, Gent 3-1 verloren, sie haben 3-0 gegen den BVB verloren, sie haben dezent mit 1-6 gegen Leipzig verloren, sie haben eine Unentschieden gegen, äh, Augsburg gespielt, Unentschieden im Hinspiel gegen Gent und dann ein Unentschieden gegen, äh, nochmal Wolfsburg, war das ein Freundschaftsspiel oder war das eine Pokal? Ich glaube, das eine war Pokal, ne? Wahrscheinlich war das Pokal Leipzig. Das eine wäre Pokal gewesen, genau, das haben wir zweimal gespielt. Einmal Liga Unentschieden und ein Pokal dann für Dorn. So müsste es hinkommen, genau. Okay, aber das sind natürlich jetzt auch nicht die absoluten Pappmannschaften, gerade hier mit, äh, Dortmund und Leipzig. Außer Augsburg, genau. Grüße nach Augsburg. Nein, also es ist natürlich, es ist natürlich eine schwierige Nummer. Ich denke, es wird tatsächlich, äh, ein ganz schöner, ganz schöner Ritt. Marvin, toll, dass er da so optimistisch war, äh, muss mal schauen. Also ich bin mir nicht sicher, inwieweit wir tatsächlich auch erst mal die letzten zwei Spiele hier noch ein bisschen in den Knochen haben werden. Das hast du, also in den Knochen, besser gesagt in den Köpfen eigentlich. Ich hoffe, dass wir es relativ schnell abschütteln können. Glaube aber tatsächlich auch, dass wir relativ, ähm, ja, aus einer defensiven Position erst mal starten werden, um einfach diese Sicherheit im Spiel zu bekommen. Oder wie meinst du das, René? Ja, also ich glaube, diese Freiburg-Thematik steckt einem halt schon einfach irgendwie ganz, äh, schwer in den, in den Knochen, weil es ja einfach sehr, sehr unnötig war. Und die Frage ist natürlich auch, wie viel Blick nach vorne man dann, ähm, an der Stelle schon hat und da auf Arsenal einfach auch guckt, was natürlich, ohne jetzt da irgendwie einen Wettbewerb dem nächsten irgendwie vorziehen zu wollen, aber schon vielleicht in der Situation jetzt erst mal das wichtigere Spiel ist, weil du damit einfach viel mehr in dieser Situation noch aufholen kannst und in der Liga dann noch, äh, 24, nee, äh, 22 Spieltage halt dran hast. Ähm, schwierige, schwierige Nummer. Ich glaube, ich glaube, was uns wirklich da zugutekommt, ist, dass wir diesen Heimvorteil haben. Das wird wieder laut sein. Da werden jetzt nicht so wahnsinnig viele Wolfsburg-Fans da vielleicht irgendwie mitfahren. Ähm, und wie gesagt, wir sind halt zu Hause nach wie vor die beste Mannschaft, also. Ja, so muss das auch sein. Also das ist doch toll, dass wir wieder so eine richtige Festung sind. Das ist auf jeden Fall eine super Sache. Ich denke aber tatsächlich, dieser Punkt, hast du natürlich jetzt wieder was angesprochen, mit Konzentration auf das London-Spiel, ist natürlich hier auch so ein bisschen die Möglichkeit, ja, wie soll man sagen, sich ein bisschen Selbstbewusstsein zu holen, ne? Wolfsburg ist eine auf jeden Fall schlagbare Mannschaft, zu Hause, 15, 30, absolut ungewohnte Zeit mal wieder, obwohl in letzter Zeit, hatten wir jetzt auch mal ein paar Mal gehabt, aber es ist, ähm, ist schon eine schöne Sache. Also ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Ich bin aber auch wirklich gespannt, wie wir aufstellen werden und ob wir, ja, sozusagen schon eine Art Generalprobe, äh, da sehen, oder ob wir doch nochmal heftig weg sind, dann zum London-Spiel. Das wird dann auch nochmal eine interessante Sache. Ja, also ich sag mal, ähm, Fitness-Thema sollte das ja jetzt nicht sein. Du hast jetzt diese Länderspielpause gehabt. Ja, da waren auch der ein oder andere unterwegs, ähm, aber außer jetzt einem, einem Kamada, der da wahrscheinlich wieder irgendwie Tausende von Kilometern irgendwie abreißen, abreißen, abreißen musste, abreißen musste, so rum ist das Wort, Entschuldigung, ähm, da haben die anderen jetzt, glaube ich, auch nicht so viel Reisestrapazen. Die sind jetzt auch so ein bisschen im Rhythmus geblieben. Also ich glaube, ja, es ist, ich finde diese Länderspielpausen sind halt nervig, die sind aber eher für mich als Fan nervig. Ich glaube, der eine oder andere Spieler kann das schon irgendwie ganz gut wegstecken, was halt so ein bisschen ärgerlich ist, dass Kostic nicht zum Zuge gekommen ist, jetzt auch ja verfrüht, wieder zurückgereist ist. Sie sagen jetzt zwar Vorsichtsmaßnahmen und er könne gegen Wolfsburg spielen, aber das ist halt auch einer von den Spielern, wo ich halt auf gar keinen Fall will, dass der auch nur eine Minute da irgendwie ausfällt. Das stimmt, gerade in der Thematik Flanken, wo wir ja vorne mit einem Dost auch gute Möglichkeiten haben, ist so ein Kostic, der einfach auch extrem viel gefährliche Bälle da in diesen Strafraum bringt, für mich extrem wichtig. Da muss man allerdings auch sagen, auf der anderen Seite wird uns halt dann auch, dass so ein bisschen Schwierigkeiten bereiten können, dass wir da vorne halt so einen Weghorst auf der Wolfsburger Seite sehen, der halt auch, ich sag mal, ein ganz guter Luxus, der auch nicht gerade klein ist, wo ich mir auch denke, dass das so die eine oder andere Prüfung dann für die Abwehr und für den Renault dann da vorne auch sein wird. Auf jeden Fall, also sagst du ja schon, wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir nicht zu offensiv in die Sache reingehen. Es darf aber natürlich jetzt auch Asen-Fußball werden, obwohl wir ja tatsächlich gesehen haben, dass wir relativ gut auch Standards mittlerweile verwerten können oder zumindest ein paar Spiele mal hatten, in denen es so aussah, als könnten wir Standards ganz gut verwerten. Das ist natürlich ein probates Mittel, was wir auch hier vielleicht nutzen müssen. Ich weiß es nicht. Ich bin wirklich ein bisschen überfragt. Also für mich bringt der Kader von Wolfsburg, bringt mich jetzt nicht dazu, dass ich mir hier erst mal die Fingernägel abkaue und Angst habe, dass wir da am Samstag nichts reißen. Was für mich eher so ein bisschen ist, ja, du hattest diese Negativ-Erfahrung, jetzt hattest du ein bisschen längere Pause, ist aber vielleicht für den einen oder anderen gar nicht schlecht gewesen, wie du sagst, der dann auch mit der Nationalmannschaft Erfolge feiern konnte. Das heißt, du gehst die eventuell auch aus der Nummer... Du kriegst das ein bisschen aus dem Kopf raus. Genau, kriegst das ein bisschen aus dem Kopf raus, bist du jetzt wieder im Bundesliga-Alltag. Gegen Wolfsburg ist normalerweise für mich am Ende des Tages eine Mannschaft, die auf jeden Fall mit drei Punkten besiegt werden sollte, um einfach in der Endabrechnung da zu sehen, wow, wenn du dann die Tabelle am Ende durchgehst und guckst, wo hast du gepunktet, wo nicht, ist definitiv ein Gegner, wo du drei Punkte machen kannst, sag ich mal besser. Jetzt haben wir ja schon dieses Wunder geschafft, oh, wow, geil, haben gegen die Bayern dann so ein Riesenspiel abgerissen. Es muss einfach irgendwie möglich sein, da auch ein bisschen, ja, diese Stabilität bekommen wir hoffentlich ein bisschen rein, dass du jetzt auch gegen Wolfsburg einfach schön deine Punkte holst, wenn das Ergebnis auch jetzt dann am Ende vielleicht nur ein 1-0 ist, dann sind wir doch alle zufrieden. Das ist, du musst nicht jede Woche diesen Wow-Fußball abfeuern, musst jetzt einfach gucken, dass du gerade diese Spiele mit dieser extremen Belastung, auch Europa League und so weiter, jetzt einfach rumbekommst, trotzdem deine Punkte holst. Und da, denke ich, ist auf jeden Fall der Kader auch in der Lage, das zu bringen. Und insbesondere vielleicht sehen wir auch die ein oder andere Überraschung, denn wir haben ja definitiv Abraham und Fernandes in dem Spiel nicht zur Verfügung. Vielleicht kann der ein oder andere, der sonst nicht so die Spielzeit mehr bekommen hat, ich weiß nicht, ob Touré wirklich fit ist. Ich habe sowas gelesen gehabt, dass er vielleicht tatsächlich wieder in den Kader zurückkehren soll. Ja, mal schauen. Ansonsten. Der fühlt ein bisschen zu früh, wäre natürlich auch irgendwie gut. Wobei Abwehr in der Tat das so ein bisschen ist, wo ich mir jetzt wenig Gedanken mache. ich hätte jetzt eher so ein bisschen Bedenken, aber da können wir jetzt vielleicht gleich bei dem Thema Aufstellung im Detail nochmal drüber sprechen, wie das mit dieser Fernandesposition ist. Aber lass uns doch mal mit der Aufstellung gegen Wolfsburg anfangen. Ich meine, ganz hinten, Renau ist klar, Trapp ist zwar extrem aktiv, im Training kann man ja auf Insta und so weiter immer wieder verfolgen, aber das wird noch eine ganze Zeit lang dauern. Von daher, Renau ist klar. Abwehr hätte ich jetzt gesagt, da ich nicht glaube, dass Touré da jetzt schon fit ist, gehe ich jetzt erstmal von einer Abwehr bestehend aus Indika, Hinti und Hasebe aus. Wobei dann das wahrscheinlich zum Tragen kommt, das, was Hütter immer so ein bisschen gesagt hat, was er niemals machen würde, nämlich einen Linksfuß auf die rechte Innenverteidigerposition stellen. Aber ich glaube, er hat da jetzt nicht so die große Auswahl, weil ich befürchte, dass es für Touré noch zu früh ist und ich sehe sonst keine Alternativen, außer vielleicht ein Pallet. Aber, ja. Ist er überhaupt bis dahin noch im Kader? Also es hieß doch, er will wechseln oder wäre das erst zum Winter? Wie ist das denn eigentlich? Was war denn mit dieser Causa gewesen? Also er kann ja theoretisch, wenn ich die Regeln richtig im Kopf habe, Achtung, gefährliches Halbwissen, kann er wechseln, weil das immer die Wechselzeiten des aufnehmenden Landes entscheidet. Also nur weil unser Transferfenster weg ist, kann er trotzdem wechseln. Aber er kann halt nur in einen Liga-Betrieb wechseln, die jetzt noch Transferfenster haben. Und da gab es, glaube ich, den einen oder anderen, die jetzt tatsächlich noch Transferfenster bis Ende November, meine ich, sogar haben. Oder sogar bis Ende Dezember, weiß ich jetzt gerade nicht. Aber bis Ende November bin ich mir ziemlich sicher. Ob das dann allerdings die Länder sind, wo er hin will, weiß ich nicht. Ist aber für dich auch auf definitiv auch nicht die erste Wahl. So eine Hasebe wäre für dich wahrscheinlich auch, dass du sagen würdest, wenn Hasebe auch wieder fit ist. Ich hatte ja so ein bisschen das Gefühl, er hatte da ja mit seiner Gehirnerschütterung ein bisschen Probleme. Dann hat er auch ein, zwei Spiele dann generell nicht so performt, wie man das eigentlich von ihm gewohnt ist. Er ist halt auch jemand, der glaube ich jetzt, da wird es langsam problematisch, diese Anzahl an Spielen einfach auf dem Niveau zu halten. Und das ist vielleicht auch eine Altersfrage. Ich weiß es nicht. Er ist ein bisschen verletzungsanfälliger, hat da auch so ein bisschen Probleme, manchmal das Tempo zu gehen. Nichtsdestotrotz, finde ich, ist es einer unserer stärksten Spieler, gerade auf dieser, in Anführungszeichen, Mittel-Libero-Position. Wenn er fit ist, ist das auf jeden Fall jemand für mich, der sogar, hätte ich sofort gesagt, ach, Touré, bleib du, selbst wenn du einigermaßen fit bist, bleib du auf jeden Fall auf der Bank. Hasebe macht das schon. Dann sollten wir Touré auf jeden Fall auch die Zeit noch geben. Ja, ich denke, dann gehe ich auf jeden Fall mit dir. Endika, Hinteregger und Hasebe, beziehungsweise Endika, Hasebe, Hinteregger. Oder andersrum. Ich wollte gerade fragen, also, weil es jetzt für mich jetzt auch noch so ein Punkt wäre, wen würdest du dann wo stellen, weil Hasebe wäre für mich auch aufgrund seiner Geschwindigkeit niemanden, den ich jetzt auf den Außen, weil die ja doch auch immer sehr offensiv sind, stellen würde, sondern da würde ich tatsächlich dann in den Dika und in den Hinteregger stellen. Wie gesagt, auch mit der Einschränkung, dass dann ein Linksfuß auf rechts steht. Aber ein Hasebe wäre für mich in der Mitte als Ausputzer sowieso, wichtiger und in den letzten Spielen hat das ja auch immer wieder gezeigt, dass wir dann sehr oft mit dem Ball in so ein 4-2-4 gehen, wo ja sich dann jemand aus dem Mittelfeld, in letzter Zeit waren das sehr oft, dann tatsächlich auch Rode zurückfallen lässt, der dann quasi hinten dann auch den Spielaufbau macht oder manchmal auch einfach mit dem Ball bis nach vorne geht. Von daher wäre das für mich jetzt eher die logischere Konsequenz. Bin ich bei dir, bin ich voll bei dir, ja. Dann kommen wir zu der Position, wo ja eigentlich wahrscheinlich ganz klassisch ein Fernandes irgendwie stehen würde. Der wird jetzt wahrscheinlich an der Stelle nicht spielen. Dann wäre für mich Rode die erste Wahl. Ja, ja, auf jeden Fall. Obwohl ich tatsächlich Rode generell bei dem Spiel gestellt hätte, auch wenn Fernandes fit gewesen wäre und hätte spielberechtigt gewesen wäre, weil er eigentlich eine super Leistung in den letzten Spielen und auch in so einem Spiel brauchst du so einen aggressiven Anläufer schon mal so diese, diese Sechserposition. Das ist eigentlich wie gemacht für einen Rode. Ja, gut, man kann natürlich auch argumentieren, du brauchst da so einen wie so einen Fernandes, der halt dann noch einfach mal den guten Mann in den Drecksack sein lässt und dann halt einfach auch so Spielern wie in dem Weghorst, wie unserem allseits gemochten Herrn Maximilian Ahnholdt halt auch mal frühzeitig irgendwie den Schlappen auf den Fuß stellt. kann Rode auch. Aber das kann doch ein Rode auch. Ja, ein Rode kann das auch, aber das ist halt so dieses, was ich da einfach sehr stark mit einem Fernandes einfach auch verbinde. Ja, dem auf den Fuß treten und dann dieser Unschuldsblick so nach dem Motto, ich war das nicht. Also das kann er halt einfach extrem gut. Aber dadurch, dass Fernandes ja nicht zur Verfügung steht, Rode auf jeden Fall und Nachbar wahrscheinlich auch so, weil er ordentlich gespielt hat. Ja, wobei so für mich immer so ein bisschen dann davor, zumindest von der Grundaufstellung, anzusiedeln wäre. Wie gesagt, Rode würde ich erwarten, dass der sich ganz oft dann im Spielaufbau auch in die Viererkette zurückfallen lässt. Dann hättest du wahrscheinlich davor einen Sow und auch einen Kamada. Auch wenn ich gesagt habe, er ist für mich nicht so abschlussstark, aber einfach ja der kreative Kopf da im Mittelfeld. Da kommst du nicht drum rum. Und dann ist so ein bisschen die spannende Frage, war das mit Kostic tatsächlich eine Vorsichtsmaßnahme, Vorsichtsmaßnahme oder erleben wir da einen Wechsel? Also wenn er auch nur ansatzweise 90 Prozent seiner Leistung bringen kann, ist Kostic für uns immer noch der, ich sag mal, Heilsbringer, klingt immer so blöd, aber tatsächlich wirklich die, die ist nonplusultra auf der linken Seite aktuell und dementsprechend wäre es sehr, sehr schade, wenn er nicht spielen würde, weil wir tatsächlich da eine Waffe verlieren, muss man wirklich so sagen, die wir so immer bringen können. Und wenn du alleine schaust, wie viel Manpower er vom Gegner auf sich zieht, gerade bei seinen Läufen und so weiter, du schaffst natürlich da Unmaßen an Platz, Unmaßen an auch Unruhe in der gegnerischen Mannschaft. Und das ist allein dafür, selbst wenn er dann in der Halbzeit ausgewechselt werden müsste oder, ich weiß nicht, 70 Minuten oder sowas, Power nur da ist, wäre es auf jeden Fall für mich Kostic Startelf auf jeden Fall gesetzt. Ja, ja, das stimme ich dir vollkommen zu, zumal aus meiner Sicht wir auch an der Stelle so ein bisschen alternativlos sind. Ja, du könntest vielleicht Du könntest den Schändler mal spielen lassen auf der linken Seite, das ist aber immer so, ich verzweifle da immer so ein bisschen, wenn Schändler da dann auf der linken Seite spielt. Ja, er spielt in der Nationalmannschaft auch die Linksverteidiger-Position, aber Linksverteidiger ist für mich dann nochmal was anderes als jetzt linker offensiver Flügelspieler. Er ist halt auch ein komplett anderer Spielcharakter als Kostic, logischerweise. Ich verzweifle da immer so ein bisschen dran und wir haben halt aus meiner Sicht keine wirkliche Alternative für Kostic, was mit diesem gerüchtet wehenden, drohenden Abgang zwar gegen viel Geld, aber wahrscheinlich am Ende so Abgang von Kostic kriegt da noch Probleme machen auf jeden Fall. Kriegt da so ein bisschen Flattern in der Buchse. Aber ich sag mal so, im Winter so dumm werden sie nicht sein und die da abgeben, denn da bekommst du wirklich keinen Ersatz. Da haben wir ja noch zum Glück ein bisschen Zeit und bis dahin sind vielleicht auch die ein oder anderen Spieler auf dem Markt an der Eintracht so interessiert, weil wir uns wieder international qualifiziert haben für das nächste Jahr etc. Da kommen ja so viele Aber, Aber, Aber und du siehst ja auch was für ein Potenzial diese Spieler hier finden und auch entwickeln oder auch ausschöpfen. Das ist vielleicht auch für einen Spieler, Kostic, wenn du dir das anschaust, sehr für eine Entwicklung bei uns genommen hat, ist das vielleicht auch eine Position, die wir, muss man mal schauen, ob es noch einige andere Problemspieler gibt, die eigentlich großes Potenzial haben, die dann hierzu in Höchstformen auf den Positionen dann auch zum Tragen kommen. Schauen wir einfach mal. Ich denke, darüber reden wir, wenn es soweit ist. Auf der anderen Seite jetzt mal von der Aufstellung her sind wir ja Dacor, also Kostic links, rechts dann wahrscheinlich Dacosta. Definitiv. Also, das ist auch so Marke Dauerläufer. Ich finde, er bereichert das Spiel. Er ist eine notwendige Personalie auf der Position. Wir hatten ja vorhin über Durm gesprochen. Ich sehe Dacor immer noch vorne dran. Ich auch, auf jeden Fall. Und Chandler, wäre ja jetzt auch wieder jemand, wo du sagst, okay, willst du Chandler mal eine Chance geben? Wir haben ihn sicherlich auf der Bank dabei, ist auch vielleicht für mich jemand, der mal dann mit einem späten Wechsel oder mit einem nicht zu späten Wechsel da nochmal ein bisschen Schwung reinbringen kann. Gerade Flankentechnisch war ja nicht immer so schlecht, was Chandler da teilweise zumindest fabriziert hat. Dementsprechend vielleicht nochmal ein probates Mittel. Schauen wir einfach mal. Schauen wir mal. Was wäre für dich denn vorne im Sturm? Das wäre jetzt noch so eine spannende Frage. Wen siehst du denn da? Also, ich muss tatsächlich sagen, dass mein Duo mittlerweile Dost und Paciencia sind, weil Silva einfach für mich im Moment noch zu viele Chancen. Er ist noch nicht so richtig angekommen. Ich verstehe, was Marvin meint und ich glaube, du hast da auch so ein bisschen mit eingestimmt. Silva ist ein bisschen unfair, der braucht ein paar mehr Spiele, der muss eigentlich die Spiele bekommen. Ich finde es aber hier wirklich schwierig, weil Paciencia wirklich ordentlich performt hat und auch Dost, wenn er gespielt hat und fit war, eigentlich seine Tore gemacht hat. Es würde mir dann wirklich wehtun, einen von den beiden für Silva rauszunehmen. Wie siehst du das denn? Also, ich habe auch einen Moment länger überlegt. Ich glaube, an Dost führt in der Situation keinen Weg vorbei. Er ist der Zielspieler da vorne. Er tut dem Spiel, gerade mit langen Bällen, geht extrem gut, weil er eben auch die Bälle annimmt, verteilt, halten kann. Der auch einfach sehr gut, auch mit in der Defensive arbeitet, der auch immer sehr viel unterwegs ist und auch sehr schnell unterwegs ist, was ich ja auch nicht gedacht hätte, weil er einfach auch von seiner körperlichen Statur halt eher so nach langsamen Spielen aussieht, aber ich glaube, er ist gar nicht so langsam. Also, er wäre auf jeden Fall für mich notwendig, auch mit dem Thema Standards und ich sehe in der Situation jetzt auch so ein bisschen Paciencia vorne vor Silva, nicht, weil ich jetzt irgendwie sage, dass Silva für mich der schlechtere Spieler ist. Ich glaube, der braucht auch in der Tat so ein paar Spiele, um da die Position noch zu finden, der auch ja extrem gut, was so die Vorlagen und so weiter geht, aber Paciencia hat ja jetzt auch in der Nationalmannschaft im Spiel getroffen. Ich glaube, der ist jetzt gerade in so einem Rhythmus drin, was ich jetzt blöd finden würde, das jetzt nicht mitzunehmen. Das wäre jetzt für mich der einzige Grund, ihn da zu stellen. Ansonsten ist für mich in der Tat schwierig, da zwischen Paciencia und Silva sich zu entscheiden, weil sie jeder auf seine Art und Weise für mich ein ganz wichtiger Spieler sind. eine Personalie, die so ein bisschen ja kritisch auch in letzter Zeit wieder gesehen wird. Wie stehst du denn dazu zu der Personalie Core? Er hat ja jetzt bei uns auch hier wieder nicht den Weg gefunden. Ich fand aber, dass er tatsächlich einen guten Job gemacht hat, als er zum Beispiel eingewechselt wurde beim Spiel gegen Freiburg. Fand ich wirklich, hat er sehr, sehr solide gemacht. Du hast gemerkt, er hat ein gutes Verständnis vom Spiel. Er konnte gut Bälle verteilen. also eine gewisse Sicherheit ist da da. Ich kann nicht jetzt, ich muss ja am Anfang sagen, ich habe gedacht, seid ihr denn wahnsinnig? Wie konntet ihr da neun Millionen überweisen? Jetzt verstehe ich es auch noch nicht hundertprozentig. Aber zumindest ist es so, er hat die Ansätze, wo man sieht, ah, okay, das scheint die Mannschaft oder das scheinen die Entscheidungsträger gesehen zu haben und das war es wohl in deren Augen wert. Auf der anderen Seite ist es jemand, der auch so ein bisschen ja zu den, Verlierern ist der falsche Ausdruck, aber es ist jemand, der sich momentan auch nicht so wirklich in die Mannschaft reinspielen kann oder denkst du, dass wir hier vielleicht ein bisschen taktisch vielleicht sogar mit dem Chor lieber spielen anstatt mit dem So? Also anstelle von So weiß ich nicht, weil dann würdest du ja wirklich mit zwei Sechsern spielen und So ist für mich halt eher so Achter bis Zehner Position. Okay. Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen abhängig davon, mit welcher Art und Weise Hütter in das Spiel reingeht, wenn du natürlich sagst, du willst erstmal absichern und über Konter und Standards gehen, dann kannst du ihn bringen, dann fehlt dir halt so ein bisschen was in der Offensive, es sei denn, du ziehst halt dauerhaft in Rode weiter nach vorne, der mir allerdings dafür zu wichtig wäre im Spielaufbau. Ja. Und So ist jetzt auch gerade so ein bisschen im Rhythmus drin, hat er jetzt auch getroffen, der ist für mich so ein ganz guter Counterpart für Kamada, was da eben diese Offensive geht, der halt auch einfach abschlussstärker für mich ist als Kamada, also da, wo Kamada noch den einen Schnirkelball spielt und vielleicht gut in der Vorbereitung ist, ist für mich So stärker in der Vorbereitung. Also es hängt für mich ganz stark an dem, an der Taktik, mit der du in das Spiel reingehst und ich würde nicht mit irgendwie totaler Offensive, aber schon mit ordentlich Druck auf Wolfsburg ausüben gehen und da wären für mich in der Mitte ein So, ein Kamada und ein Rode die, die ich eher stellen würde als ein Chor an der Stelle. Das ist so der und deswegen ja für mich da hinten so ein bisschen rausfällt. Kann ich sehr gut verstehen und du hättest natürlich auch das Mittel zu sagen, wir wollen jetzt absichern ab einer gewissen Zeit oder in der zweiten Halbzeit stellst um und könntest dann ja auch Chor bringen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, die du brauchst. Wenn du in Führung liegst und du merkst, dass Wolfsburg jetzt eigentlich das Spiel machen muss, dann nimmst du ein So raus, stellst den Chor neben Rode da hinten rein. Du hattest immer noch mit Rode denjenigen, der dann auch mal in die Offensive gehen kann. Du hast den Chor vor der Abwehr als Abräumer, was er auch extrem gut kann. Ist alles super. Ich sehe den Punkt mit den 9 Millionen ähnlich wie du dann auch immer noch nicht. Aber gut, ich glaube, das wird sich im Leben nicht mehr auflösen. Nein, aber er muss natürlich auch ein bisschen spielen, weil sonst werden aus den 9 Millionen schnell mal 2, 3 und das wäre ja wirklich schade. Oder er muss halt wenig spielen, weil ansonsten aus den 9 Millionen irgendwie 11 Millionen werden, weil er irgendwie noch 2 Millionen kriegt, wenn er 20 Spiele gemacht hat. Also das weiß er halt auch alles nicht. Also muss er halt auch wieder drauf gucken. Manchmal sind diese Verträge dann halt doch irgendwie so ein bisschen arschig. Gut, Marvin hat schon getippt mit seinem 3-1. Was ist denn dein Tipp für das Spiel? Ich tippe tatsächlich, dass es ein knappes 1-0 gibt. Ein knappes 1-0. Ja, du, ähm, also ein Tor kassieren wir auf jeden Fall. Wahrscheinlich macht das wieder mein allseits Lieblingsfreund Maximilian Arnold und grinst dann wieder so blöd in die Kamera. Da, äh, kriege ich jetzt schon wieder zu viel. Ich bin mir aber auch ziemlich sicher, dass da ein bisschen was geht. Also ein Dost wird treffen, ein Paciencia wird treffen und ein Hinteregger macht wieder eins mit dem Kopf. Ich gebe bei Marvin's 3-1 mit. Okay, gerne. Machen wir es ein bisschen, machen wir es ein bisschen eindeutiger diese Woche. So. Was fürs Torverhältnis machen. Wir müssen auch was fürs Torverhältnis machen. Das ist ja dann doch vielleicht nicht so ganz optimal. Über den Dumpfschweizer der Woche haben wir schon gesprochen. Einen ehemaligen Spieler haben wir heute aus Zeit beziehungsweise nicht Vollständigkeit der Mannschaft nicht genauso wenig wie eine gute Tat der Woche. Aber wir müssen natürlich über den Spieltag von vor 20 Jahren sprechen. Liebe Zuschauer, Alexander Schur. Jetzt ist Schluss. Beitrag von Vort ist in der Fußball-Bundesliga. Ja, ist es denn zu glauben? Frankfurt verspielt den Aufstieg im eigenen Stadion. Willkommen im Irrenhaus! Ja, an dieses Irrenhaus kann man zu Recht glauben, wenn man sich anguckt, wie die Spiele damals gelaufen sind und was da heute gerade so passiert. Wir haben ja vorhin drüber gesprochen. Vielleicht nochmal kurz als Erinnerung am vergangenen Spieltag, nämlich dem zehnten Spieltag vor 20 Jahren, spielten wir an einem Freitag gegen die Arminia aus Bielefeld. Es war ein 1 zu 1 und wir rutschten ab auf den 17. Tabellenplatz, nur um das nochmal bei allen in die Köpfe zu bringen. An diesem Spieltag durften wir ran an einem Samstag. Weißt du, wer unser Gegner war? Tatsächlich die wunderbare Hertha. Genau. Hertha, BSC Berlin war unser Gegner zur damaligen Zeit. Wir mussten ein bisschen umstellen, weil der ein oder andere Spieler verletzt war. Die Hertha hatte es gerade geschafft, glaube ich, in die nächste Runde der Champions League einzuziehen und waren aber auch so ein bisschen gerade so ein bisschen auswärts sieglos und wir hatten ja so eine kleine Niederlagenserie hinter uns und haben uns so ein bisschen eher auf hinten absichern und dann kontern versteift. Was die Hertha so ein bisschen vor Herausforderungen gestellt hat, die hatten relativ viele Spielanteile tatsächlich, sind aber mit ihren finalen Pässen auf die Stürmer nicht so ganz durchgekommen und wir sind dann immer mehr ins Spiel gekommen und haben sie dann eigentlich mit so drei recht schnellen Toren so ein bisschen vor uns hergeführt. In der 17. Minute trifft Gömir, in der 22. Minute trifft Weber nach dem direkten Freistoß und in der 28. trifft Fjordhofft, dann steht es 3-0 für die Eintracht und dann fällt der Hertha nicht mehr viel ein. Sie hatten dann irgendwann in der was war es 51? tatsächlich nochmal einen Foul-Elfmeter bekommen, den sie allerdings nicht verwandeln konnten. Ich meine, wie konnte das auch anders hergehen, da stand Oka Nikolov im Tor, wie soll denn da bitte auch ein Elfmeter reingehen? Und dann macht unsererseits, hält in der 89. mit einem Foul-Elfmeter das 4-0 und dann ist das Ding auch gegessen. Die Messe gelesen, die Messe gelesen, das Lied gesungen, der Wein ist alle, was auch immer du da sagen willst. Aber es ist ja wunderbar auch, dass Spieler des Spiels Oka Nikolov, natürlich, wenn er da so eine starke Leistung natürlich zeigt, ist natürlich eine feine Sache. The one and only Oka Nikolov, so ist das. Wunderbar. Wie war denn aber ansonsten unsere Aufstellung, René? Unsere Aufstellung, Nikolov haben wir schon erwähnt, in der Abwehr Kutschera, Jansen, Kracht, davor, Rasijewski auf den Außenbahnen Dombi und Weber, in der, ja, so mehr zentral-offensiven Variante Goumier und dann halt der von mir schon erwähnte Horst Held, der, jetzt bin ich das richtig verstanden habe, bei den Kollegen in Köln angeheuert hat, damit der liebe Axel noch ganz viel dazu erzählen. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Transfer und ganz vorne Fjörtoft und Yang, der ja den verletzten hier, sagen sie es, Dings ersetzt hat. Jetzt hatte ich hier einen Namen gerade eben im Kopf und jetzt ist er wieder weg. Entschuldige dafür, du meinst, wer für Chen Yang vorher gespielt hat, meinst du? Korrekt, ich hatte es gerade eben noch im Kopf und jetzt ist es wieder weg und jetzt kriege ich es auch nicht wieder hin. Ist ja auch Wurscht, nicht wahr? Ja, 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 wer saß denn noch auf der Bank, aber da war er natürlich dann auch nicht dabei. Da war er natürlich auf der Bank auch nicht, nee, Falk ist später eingewechselt worden, tatsächlich. Von daher, der war es nicht, es fällt mir sicherlich gleich wieder ein. Ist ja auch jetzt erstmal nicht so wichtig. Genau, das war so ein bisschen die Thematik, wie es da hingegen. Die Hertha auf ihrer Seite, vielleicht fällt es mir dann gleich wieder ein. Kiralay im Tor, Sverdison, Van Buric, davor Rektal, den kennt man auch noch. Ja. Neuendorf, Schmidt und Konstantinidis, auch ein ganz, ja, kennt man noch, Tom, Wosch, kennt man auch noch, Aracic und Dai. Wahnsinn. Ja, das ist, also da sind schon auf jeden Fall auch ein paar Namen dabei. Es sind auch so ein paar dabei, an den Wosch-Interess erinnere ich mich noch ganz genau. Gott, Gott, Gott. Aber 4-0 ist natürlich auch wirklich eine super Leistung. 4-0 ist eine super Leistung, war mehr als notwendig. Genau. War mehr als notwendig. Young spielte natürlich für den verletzten Salou. Jetzt habe ich es. Ah, natürlich, ja. Ja, natürlich. Es ist, ich weiß auch nicht, warum ich da jetzt gerade eben nicht kam. Er kam im letzten Spiel schon, glaube ich, für Salou. Da wurde er eingewechselt. Ja, der hat das sich. Frühe Auswechslung irgendwie war das, glaube ich, gewesen. Ja, 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 genau. Genau, genau, genau. Damals auch schon Michael Preetz bei der Hertha, allerdings noch im spielenden Betrieb, der wurde nämlich auch eingewechselt in der 49. Minute für Wegtal. Wahnsinn. Trainer bei der Hertha damals Jürgen Röber und bei uns kein anderer als Jörg Berger. Naja, da hat sich nicht viel geändert. Da hat sich an manch einer Stelle nicht viel geändert. Ich gucke gerade, was macht denn Darius Wusch eigentlich heute? Den habe ich eigentlich hauptsächlich in Erinnerung durch seine Zeit bei Bochum und weniger durch die Zeit bei der Hertha. Was zum Geier macht der Mensch denn heute? Das würde ich jetzt wissen. Erleben Sie live, wie ich versuche zu googeln, wenn mein Rechner Was macht er eigentlich? Was macht er eigentlich? Genau. Heute in anderer Variante. Darius Wusch ist Fußballtrainer, aber wo? Das ist immer gut. Für die Nationalmannschaft der DDR? Nein, interessiert nicht. Bis 2013 war Wusch Trainer der U19-Jugend, des VfL Bochum. Seit September 2009 war er zusätzlich Co-Trainer, Interimstrainer, übernahm er zwei Tage Bundesligaspiele. Er ist als Technik-Trainer und im Trainerteam der ersten Mannschaft des VfL Bochum. Okay, aber das war aha, okay. Also der sozusagen ersten Elf und die U19 wurde abgemeldet, oder was? Die U19 wurde, so wie ich das hier lese, abgemeldet. Genau, er war zwischenzeitlich mal zwei Tage tatsächlich auch Cheftrainer nach der Entlassung von Heiko Herrlich und ist jetzt da als Technik-Trainer im Trainerteam des VfL Bochum. Spannend. Na gut, viel Erfolg. Ja, wie gesagt, hauptsächlich hatte ich ihn auch als Spieler eher mit Bochum in Verbindung gebracht, als jetzt tatsächlich mit der Hertha, aber vielleicht liegt es auch einfach daran, dass man versucht, die Hertha relativ schnell generell wieder zu vergessen. Genau. So, damit ist der Spieltag für uns rum. Wir gewinnen 4-0 gegen die Hertha. Relativ deutlich. Lautern gewann an dem Spieltag 2-1 gegen Schalke. 1860 München gewann 2-1 gegen Unterhaching. Die Bayern haben mit einem 0-1 den SSV Ulm förmlich aus dem Stadion geschossen. Und wir konnten die Abwärts-Serie damit ein Stück weit auffangen, endeten an diesem Spieltag auf Tabellenplatz 14, also von der 17 hoch auf die 14 Tabellen. Das ist auch ganz schön knapp gewesen. Die Bayern dahinter Dortmund und auf dem dritten Platz, wie sollte es nicht anders da sein, der HSV. Das heißt ja dann, sind wir, nein, nicht punktgleich, aber mit einem Punkt an die Hertha herangerückt. Wir sind mit einem Punkt an die Hertha herangerückt, waren nach diesem Spieltag Punktgleich mit Haching und Bielefeld, die ein schlechteres Torverhältnis haben. Das ist schon eine ganz schön knappe Kiste, wenn du mal guckst, was für eine Negativ-Serie du hattest und dann trotzdem es irgendwie noch hinbekommen hast, nicht auf einem Abstiegsplatz zu stehen, nach dem elften Spieltag war es jetzt, Das ist korrekt. Ja, siehst du mal, schön knapp. Ganz schön knapp und mal gucken, wie es dann weitergeht nach dem nächsten Spieltag. Ich spoilere euch schon mal ein bisschen, wer denn unser Gegner sein wird am zwölften Spieltag. Werder Bremen, wir dürfen schon an einem Freitag ran und es wird anstrengend. Es wird anstrengend, die Saison ist noch lang. Wie Basti sagen würde, die Woche ist so lang, in dem Fall ist die Saison so lang und wir werden uns nächste Woche intensiv mit dem zwölften Spieltag beschäftigen. Jetzt heute und hier kommen wir aber erst mal zu den Empfehlungen. Und jetzt kommen die Empfehlungen von und mit René, Basti, Marvin und Dennis. Ich liebe es, fast, muss man sagen, fast in der ganzen Gruppe. Ja, es ist ein gewisser Prozentsatz ist hier noch anwesend. Sehr gut. So, Dennis, hast du denn etwas, was du unseren Hörern und Hörerinnen empfehlen möchtest? Ich habe tatsächlich eine Empfehlung, aber dazu würde ich gerne dich ein bisschen befragen. Und zwar habe ich gehört, dass du gestern im Heimspiel warst. Wieso wusste ich, dass es jetzt kommt? Das war nicht abgesprochen. Ich habe es zwar da reingeschrieben, aber eigentlich, weil ich es empfehlen wollte. Aber gut, wenn Dennis, du das empfehlen möchtest, dann sehr gerne. Ja, ich war gestern zu Gast im Heimspiel, der ein oder andere hat es schon gesehen. Wir haben so ein bisschen auch Bilanz gezogen über dieses Drittel der Eintracht-Saison. Wir haben auch da über die Abraham-Thematik gesprochen und ich musste reden über die Nationalmannschaft. Schwieriges Thema. Schwieriges Thema. Du warst mit Phil Hofmeister dabei. Ich war mit Phil Hofmeister dabei, der ja seines Zeichens nicht nur angestellt hat des Hessischen Rundfunks, sondern auch ARD-Reporter für die Nationalmannschaft ist. Heute bei dem Spiel live bei Wunkern. Ich habe keine Ahnung, wie viel es steht. Es interessiert mich auch nicht. Stand wohl 1-0 gegen die Deutschen. Großartig. War eine lustige Runde. Ich muss sagen, Fernsehen ist komplett anders als Podcast. Obviously, wer hätte es gedacht. Nicht nur, weil da Kameras stehen, sondern auch, weil das ein ganz anderer Rhythmus ist. Ich fand es trotzdem eine sehr gute Erfahrung. Es hat mir großen Spaß gemacht und ich bin interessiert an Feedback von allen, die es sehen und mir Feedback dazu geben wollen. Ihr wisst, über welche Kanäle ich zu erreichen bin und ja, ich glaube, Empfehlungen von deiner Seite nachvollziehbar und beziehungsweise warum empfiehlst du es denn? Hast du es denn gesehen? dennis? 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 ja, hallo, hallo, hallo. Ah, jetzt höre ich dich hören. Ah, also hier war kleiner Fehler. Ja, die erste Viertelstunde konnte ich mir schon angucken. Okay. Dementsprechend alles prima und nein, auf jeden Fall, also wenn doch mal die zwei Nasen, die man dann doch auch so schon öfter mal gesehen hat, wie der René und der Phil auch so im Fernseher mal sind, sollte man da auch einschalten beziehungsweise sich auf Abruf reinziehen. Genau, ich hau mal den Link in die Shownotes, ist ja in der ARD Mediathek abzurufen, von daher könnt ihr das da euch gerne noch mal anschauen. Unbedingt. Unbedingt. Hast du denn noch eine Empfehlung? Du wolltest natürlich, jetzt habe ich dir da eine Empfehlung geklaut, ich überlege aber nochmal, vielleicht fällt dir ja gerade noch was ein, dann überlege ich auch nochmal, ob ich nicht auch noch eine Empfehlung habe. Ich kann nur an dieser Stelle nochmal empfehlen, dass der Football Manager 2020, also Football Manager 20, die sind ja immer dann im nächsten Jahr schon, ist jetzt tatsächlich seit heute offiziell raus. Ich hatte es vorbestellt und konnte die Beta vorher schon ein bisschen anspielen, da war es noch so ein bisschen buggy, ich habe jetzt auch noch nicht so wirklich viel Zeit da rein investiert, aber wer Bock hat auf Fußball Manager Spiele, der findet da glaube ich eine ganz solide Variante. Wie gesagt, es gibt, das habe ich ja glaube ich schon mal erwähnt, drei unterschiedliche Varianten, die man da käuflich erwerben kann. Es gibt dieses komplett SuperDuper Paket für PC und Mac, wo man ja von irgendwie Teamgefüge, Strategie, Mannschaftsspiel alles bis ins Kleinste umstellen kann. Jeder Variante irgendwie einstellen kann. Dann gibt es ja die Touch-Variante davon, die ist fast genauso, nur halt dann eher so für mobile Geräte. Wie gesagt, aufpassen, das ist nicht untereinander kompatibel, also wenn man mit dem einen angefangen hat, dann kann man auf das andere nicht irgendwie rum, sondern muss noch mal neu anfangen. Und dann gibt es ja tatsächlich die Mobil-Variante für Smartphone und Tablet, die halt auch komplett eigenes Ökosystem ist, die halt auch deutlich abgespeckter ist im Funktionsumfang, dadurch aber auch im Regelfall deutlich günstiger. Das eine kriegst du meistens, also die Vollversion kostet so irgendwie 55. Da war bislang immer diese Touch-Variante auch mit dabei und die Mobil-Variante ist meistens irgendwie so für einen Zehner zu haben. Ich gucke gerade mal, ja, die Mobil-Variante kriegst du für einen Zehner, die Touch-Variante kostet, wenn man sie einzeln kauft, 22, wobei ich meine, die wäre, wenn du die PC-Variante kaufst, da mit drin, also es macht eigentlich keinen Sinn, die separat zu kaufen. Wie viele Stunden hast du denn schon investiert ungefähr? Das sind jetzt so zweieinhalb, ich habe nur mal in der Beta so ein bisschen reingespielt, weil ich jetzt dann doch noch so ein bisschen in diesem FIFA-Rhythmus bis Ende des Jahres drin bin, dann wird es da ein bisschen ruhiger, dann steige ich dann meistens so ein bisschen auf den Football-Manager um. Ihr müsst euch einfach darauf einstellen, dass wenn ihr das Ding spielt, da gehen Abende, Nächte, Wochen drauf, also das ist halt wirklich sowas, da muss man Bock drauf haben. Ich bin einer, der da immer Bock drauf hat und da geht meistens dann einfach auch viel Zeit. Sehr gut. Prima. Genau. Also, jetzt habe ich natürlich einiges an Zeit gehabt, um mir noch eine Empfehlung auszunehmen. Ich kann es leider noch nicht empfehlen, weil ich es tatsächlich noch nicht mir angeschaut oder anschauen konnte, und zwar der neue Eintracht-Frankfurt-Krimi Das Auge des Adlers ist, glaube ich, heute jetzt, also zumindest angekommen hier. Ich konnte es mir noch nicht anschauen. ja, dementsprechend ist momentan eine Empfehlung auf mit in Anführungszeichen ein bisschen Vorbehalt, weil ich einfach selbst noch keinen Eindruck mehr selbst verschaffen konnte, aber wer sich mit der Thematik Grimi und Eintracht-Frankfurt anfreunden kann, kommt hier vielleicht voll auf seine Kosten. Genau, hier müssen wir einfügen Hashtag Werbung. Wir haben zwei Exemplare des Eintracht-Krimis von der, von dem Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Das eine ist bei Dennis gelandet, das andere ist bei Basti gelandet. Genau. In, ja, und wir werden uns da, die beiden werden sich da mal so ein bisschen einlesen und dann vielleicht noch mal so ein bisschen detaillierter einfach auch hier in der Sendung berichten. Genau, nur, dass wir einfach, das war jetzt was, was ich auf jeden Fall, es klang interessant, auch von der Aufmachung her, soll sich sehr auch, ja, nah am, am Fan, am Stadion und so weiter anfühlen. Ich bin gespannt, also, ist auf jeden Fall eine interessante Geschichte. Genau, nur einfach der Vollständigkeit und der Transparenz halber Hashtag-Werbung an dieser Stelle. Jawohl. Genau, dann habe ich keine so richtige Empfehlung mehr, aber einen Wunsch hätte ich vielleicht noch, liebe Hörerinnen und Hörer. Erstmal sage ich nochmal ganz artig Danke für all die Menschen, die uns hier regelmäßig unterstützen. Wenn ihr noch nicht dazugehört oder wissen wollt, wie ihr uns unterstützen könnt, dann geht ihr auf eintracht-podcast.de, da gibt es eine Support-Seite und da findet ihr die unterschiedlichsten Möglichkeiten, wie ihr uns unterstützen könnt, Fair-Überweisung, Paypal, Patreon, Empfehlung, whatever. Und da findet ihr unter anderem auch einen Amazon-Affiliate-Link und jetzt gehen ja demnächst hier wieder die Cyber-Monday, Black Friday, Wahnsinns-Wochen los und Amazon kriegt ja da auch den Hals nicht voll, muss man auch ganz ehrlicherweise sagen. Die machen jetzt aus einem Black Friday, was ein einzelner Tag war, machen die jetzt eine ganze Woche, die Black Friday-Woche von Montag bis Freitag. Also ihr habt quasi nächste Woche jeden Tag Freitag oder habt diese Woche Freitag, ist eine Woche lang immer Freitag und wenn ihr dort einkauft, genötigterweise, ungenötigterweise oder weil ihr gerade eben ein Schnäppchen macht, dann wäre es ganz hervorragend, wenn ihr den kurzen Umweg über unsere Seite macht und diesen Affiliate-Link nutzt. Es kostet euch nicht mehr, aber am Ende bleibt ein gewisser Prozentsatz dann bei uns hängen und dann könnt ihr quasi etwas Gutes tun, indem ihr uns unterstützt. Ihr könnt gerne als Lesezeichen einsetzen. Ist auch eine Variante. Das ist normale Amazon.de Einfach im Endeffekt diesen Link ersetzen, durch den Link ersetzen ist eine feine Sache und würde uns auf jeden Fall sehr freuen. Ist auch vollkommen egal, was ihr dann da kauft, das ist nicht von irgendwelchen Produkten abhängig, einfach ganz normal darüber die Seite ansurfen und dann ist das fein und ja, vielleicht habt ihr das Glück und macht das ein oder andere Schnäppchen von Dingen, auf die ihr schon ganz lange gewartet habt und wenn da noch der ein oder andere Cent oder Euro bei uns hängen bleibt, dann ist das hervorragend. Ja, dann wäre ich mit meinen Empfehlungen auch schon durch, es sei denn, du hast noch was. Nein, ich habe heute keine weitere Empfehlung. Ja, dann würde ich sagen, sind wir auf der Zielgeraden angekommen, wir machen den Sack zu für die Woche, ich hoffe, ihr habt alle jetzt auch dank uns sehr erfolgreich diese Länderspielwoche überstanden und am Samstag gibt es endlich wieder guten Eintracht Bundesliga Fußball. Wir melden uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder und wünschen euch bis dahin viel Spaß, macht's gut, Tschüss. Euer Christian! Hey, hey. 美味 singular. Hey, hey. Hey, hey. 美味 singular. Hey. Hey, 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 heps nach einem Mon vor Hey, 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 heps nach einem Mon vor